Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurem hoffentlich Lieblings-Podcast. Tragisch, aber geil. Hallo. Hier ist eure Bärbel. Ja, wir haben zwei Wochen hinter uns. Zwei ereignisreiche Wochen. Ich bin momentan sehr gestresst, sehr gestresst. Es ist alles positiver Stress. Ich kann es nicht erwarten, bis ihr endlich seht, was hier alles brodelt. Also ich habe verschiedene neue Projekte in der Pipeline. Diesmal mal keine Podcasts ausnahmsweise. Aber ja, es ist gerade sehr voll alles, aber sehr schön. Und ich freue mich drauf, dass ihr das bald auch sehen könnt. Die Früchte des Ganzen. Kleiner Teaser am Anfang. So, hi. Ja, und umso schöner ist es natürlich, wenn ich in all dem Wahn es irgendwie schaffe, mir Gäste einzuladen, wo ich mich nicht so irrsinnig lange drauf vorbereiten muss. Manchmal liest man ja gleich ein ganzes Buch über jemanden oder eine Autobiografie oder so. Du wälzt seitenweise Artikel und YouTube-Videos und so. Und das musste ich in diesem Fall gar nicht machen. Ich habe einfach, also A, es geht um Strife. Hi. Mein Gast diese Woche ist Strife. Und Strife und ich kennen uns zwar schon eine Weile, allerdings immer so ein bisschen aus der Entfernung. Wir haben, ich glaube, einen ganzen Abend erst zusammen verbracht bei Riccardo mal. Also wir waren erst essen und dann bei Riccardo in der Wohnung und auf dem Balkon sehr lange. Aber es war jetzt nicht so, dass wir uns jetzt so, dass wir zusammen rumhängen und so zusammen alleine essen gehen oder so. Und wir hatten vorher ausgemacht, dass ich, ich hatte gefragt, was kannst du mir denn empfehlen, was sollte ich lesen? Sachte auch, wie wäre es denn, wir machen es mal so, du liest einfach nur Google und alles, was über mich geschrieben worden ist. Und wir gucken, was davon stimmt und was nicht. Und so habe ich das gemacht. Ich habe einmal Google quer gelesen und habe mir Stichpunkte gemacht. Halbe sind natürlich sehr reißerische. Und die haben wir dann in der Folge jetzt besprochen. Wir sprechen tatsächlich relativ lange auch dann zum Beispiel darüber, wie er Lady Gaga getroffen hat. Die waren ja auch zusammen auf Tour. Wir sprechen über seine Band Cinema Bizarre. Wir sprechen darüber, wie er Madonna getroffen hat und solche Dinge. Aber auch über ganz viel Tieferes natürlich. Hi, wir sind bei Tragisch, aber geil. Über das Anderssein, über sein Leben als androgyner Mensch, der sich aber durchaus definitiv als Mann definiert. So. Und das war total schön. Ich habe keinen einzigen Schnitt in dieser Folge gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das so ist. Ich habe es einfach am Stück durchlaufen lassen. Und ich hätte noch gut anderthalb Stunden dranhängen können. Aber dann wäre die Folge noch länger geworden. Und ich lade es dann einfach nochmal ein. So. Ja. Ich freue mich riesig. Tolle Folge. Wirklich. Ich bin total happy. Ich hatte so ein bisschen Betrachtung. Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich dachte, ach, ich bin so wenig vorbereitet. Ich hoffe, das wird was. Und ich hatte nicht eine langweilige Sekunde zwischendrin, wo ich dachte, oh Gott, was frage ich denn jetzt als nächstes? Oder wo geht die Reise denn jetzt hin? Also ja. Ich hoffe, das geht euch genauso. Ich vermute mal ja. Denn doll. Und ja. Wir hören und sehen uns dann ganz bald wieder. Ihr kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Lust habt, mich für das zu entlohnen, was ich hier tue, dann könnt ihr mir über meinen PayPal-Link ein bisschen Geld schicken. Das müsst ihr aber nicht. Wenn ihr es nicht habt und das nicht sowieso rumliegt, dann bitte nicht. Aber wenn doch, dann gerne an paypal.me slash barbibreakout. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ich packe auch ganz viel zu Strife in die Shownotes. Und so, gerne Fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen, wenn ihr das hier toll findet, was ich mache. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. So, ihr wisst bescheiden. Supi. Dann viel Spaß mit der Folge und bis in zwei Wochen. Dann kommt der nächste wirklich tolle Gast. Bis dann. Wage inspiriert von. Genau. So, der hatte, es gibt diese, du kennst diese gepolsterten Chanel-Dinger mit diesem gesteppten. Und diese Boyfriend-Pack, die gab es in groß, eben sehr groß. Und ich glaube, ich habe 100 Euro bezahlt oder so. Aber es ist halt echtes Leder, es ist gute Qualität, es ist schweres Metall und so. Es ist halt, das ist alles echt. Und es steht auch nirgendwo Chanel drauf. Also es tut nicht so, als wäre es das. Aber es ist halt sehr inspiriert. Und deswegen gucke ich da manchmal. Ich glaube, da gibt es ja auch so einen Begriff dafür. Das ist dann kein Knock-off, sondern ich glaube, auf Englisch heißt das irgendwie Counter-Feed oder so. Wenn das tatsächlich von etwas direkt inspiriert ist, aber eben nicht als das. Au, wow. Thank you, Putsi. Ich weiß nicht, ob es da auch einen deutschen Begriff hier gibt. Aber ich glaube, im Englischen sagt man da Counter-Feed. Ich kannte das auch ewig nicht. Ich habe mal so eine Doku gesehen über so Korean Street-Brands. Und dass da tatsächlich ganz viele so Counter-Feed-Produkte gemacht haben. Also Chava. Die selber dann, aber in Korea, die sind selber zu so richtig krassen Street-Style-Marken geworden, obwohl die das geklaut haben. Aber auch irgendwie aus dem Grund, weil man irgendwie ganz viele von, da geht es eher eben um Street-Style Supreme und so weiter. Das durftest du auch teilweise gar nicht kaufen in Korea. Deswegen haben sich diese Brands so gebildet und sind einfach total auch dann weltweit aber beliebt geworden. Total crazy. Crazy. Wann mal, ein bisschen näher musst du ran, glaube ich noch. Ja, genau. So, bleibst du bei mir? Ja. Bleibst du bei mir? Hi. Hi. Ja, ich glaube, so funktioniert es, oder? Ja, so ist super. Hi. Hi. Nimmst du schon auf? Ja, ich habe eingeschaltet bei der Mitte der Erläuterung über das koreanische Counterfeit-Ding. Totally here for it. Hallo, Stryphi. Hallo, Bärbel, Barbie. Wie darf ich dich nennen heute? Die Bruch aus. Die Bruch aus. Hallo, Frau Bruch aus. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich mich auch. Also hier zu sein und ich freue mich auch, dass du da bist. Im Casa Breakout. Das erste Mal. Chaos-Casa-Breakout. Ich habe dir gerade schon gesagt, ich gehöre nicht mehr zu den Leuten, die sich dafür entschuldigen, wenn es chaotisch bei ihnen aussieht. But I have to mention it. Das ist gerade echt ein bisschen Chaos hier. Und ich habe dir auch gesagt, bei mir musst du dich eh nicht dafür entschuldigen. Ich habe immer kreatives Chaos zu Hause. Wenn wir lieb sind, nennen wir es kreatives Chaos. Gorge. Du weißt dann auch noch, wo alles ist, ne? Ja, tatsächlich. Ich hatte irgendwann mal einen Bekannten da, der hat mir bei einer Party geholfen und er hat dann beim Aufräumen geholfen und danach habe ich nichts mehr gefunden. That. Aber wenn ich zu Hause bin, ich finde immer alles wieder. That. Ich weiß tatsächlich, genau. Ich weiß tatsächlich, wo die ganze Rotze liegt. Aber wenn die Putzfrau dann da war und das ist alles irgendwo anders, dann bin ich immer erst mal so. Ja. Nee, aber es ist einfach, es ist zu viel. Gerade. Und wenn man dann zehn Sachen vorbereitet, parallel und dann aber noch irgendwie zwischendrin nochmal schnell drei Kilo Müll runterbringen muss und so. It's too much right now. Aber heute habe ich auch sowieso nur Sonnenschein im Kopf und mir ist gar nicht aufgefallen, dass es hier chaotisch ist. Erst als du dann meintest, ich muss mich entschuldigen, war ich so, okay. Ich muss, ja, nicht entschuldigen, aber darauf hinweisen. Also Barbie übertreibt ein bisschen. Es ist jetzt nicht klinisch sauber und alles irgendwie OCD-mäßig in den Ecken verräumt nach Farben sortiert. Aber es ist nicht so schlimm. Also Baby, links von mir liegt ein Haufen Lashes. Nur mal so. Das ist ein Sack mit Lashes und dann ist hier noch ein Haufen mit Lashes und Lidschattenpaletten und schmutzige Pinsel und so. Und es ist ja eigentlich ein Schreibtisch. Aber kennst du irgendeine Person, die Drag macht, bei der tatsächlich das immer sortiert ist? Weil ich, also ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen mit dem Job auch so einher. Das ist auch schwer der Ordnung zu halten, bei 1000 Lashes und 500 Perücken und ... I swear to God. Ich habe in den Jahren, wo ich keinen Drag gemacht habe, warst du hier immer aufgeräumt und sauber. Und ich schwöre dir, einmal Drag machen reicht, damit meine Wohnung einmal komplett gemacht werden muss. I'm not kidding. Das ist nicht übertrieben, weil du wirklich ... Also A, reißt du halt alles überall raus und bis dann auch alles wieder zurückgeräumt ist. Und man hat halt 200 Perücken und dann muss man erst mal 20 aufsetzen, bis man weiß, welche man anzieht. So geht das bei mir, wenn ich tatsächlich Looks style, wenn ich Bilder machen möchte oder einfach nur schaue, was ich heute Abend anziehe. Erst mal alles aus dem Kleiderschrank gerissen und danach bin ich auch zu faul, das erst mal gleich aufzuräumen. Und dann kommt man irgendwie nach Hause, wenn es eine Party war, so ein bisschen angetrunken und so, scheiße, mein Bett ist noch voll. Ich schlafe dann auf der Couch. Wirklich? Wirklich? Ja, voll. Eiskalt. Wenn ich hier reinkomme und es liegt so ein Haufen Drag auf dem Bett, denke ich mir so, nö, das mache ich jetzt nicht. Ich lege mich auf die Kante. Okay, knallhart. Ja. Ja, ich habe den Vorteil, ich habe so ein kleines Durchgangszimmer zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Badezimmer. Ich nenne es The Grey Room, weil ich alles so anthrazitfarben gestrichen habe. Da soll irgendwann mal ein Schreibtisch reinkommen und vielleicht noch einen zweiten Kleiderschrank. Und ich nehme dann einfach alles einmal unter den Arm und lege es ab. Das heißt, ich kann dann doch in mein Bett gehen. Den Vorteil hast du nicht. Du könntest es in die Badewanne legen, aber das ist zu lange. Der Weg ist zu lange, wenn man angetrunken ist, oder? Wir haben das früher Narnia genannt. In meiner alten Wohnung hatten wir eine Kammer und da war eigentlich mein Drag drin. Also wir hatten so ganz viele so Vorhangstangen an den Wänden, wo man die High Heels einfach nur so reingehakt hat. Das war total schick. Also es war überhaupt nicht schick, aber ich habe mir vorgemacht, das wäre schick. Deswegen war es das auch. Und da war halt so eine Kleiderstange drin. Und ja, der Raum war immer einfach bis oben in vollgestopft mit Scheiß. Und wir haben immer nur gesagt, oh, that's in Narnia. We're not going in. Ja, weil das war halt wirklich... Manchmal kommt es halt einfach nur auf die Perspektive an. Wie schaut man auf den Haufen, der da liegt? Kann man den irgendwie nur noch mit Glitzer bestreuen oder irgendwie das anders interpretieren? Es kommt nur auf die Perspektive an. Bin ich voll bei dir. Ach, schön, dass du da bist, mein Schatz. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen besprochen, wie wir das heute machen wollen. Und normalerweise, die Leute, die meinen Podcast öfter hören, wissen das. Fange ich ja immer gerne ganz am Anfang an und arbeite mich dann chronologisch ins Heute. Und das will ich jetzt nicht total über den Haufen schmeißen. Ich will schon noch wissen, wo du herkommst und so. Aber Strife hat lustigerweise gesagt, machen was du einfach so. Du liest alles, was du in der Presse findest und im Internet findest. Und das sind die einzigen Informationen, die du hast. Und wir gucken dann, ob es stimmt oder nicht. Ich war ein bisschen gespannt, was du dazu sagst. Ich dachte mir zuerst, du sagst, du hast doch einen Vogel nicht gehört hier. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man stundenlang recherchieren muss, um ein paar Sachen zu finden. Deswegen dachte ich mir, ich schlag's mal vor. Also ich glaub ja alles, was im Internet steht, weil hi, 2021, wir haben nichts gelernt. Nein, da sind natürlich Sachen dabei, wo ich dachte, also ein Artikel war ganz riesengroß aufgemacht. Die dramatische Drogenbeicht. Und dann liest du den Artikel und das ist einfach nur von der Bild-Zeitung abgeschrieben. Und es steht über dich und deinen Drogenkonsum überhaupt nichts drin. Wo ich dann dachte, okay, wow, so kann man auch Clickbait benutzen. Ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, tatsächlich an diesen Artikel. Lovely. Ja, das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie vorweggreifen oder ob du das hier irgendwie chronologisch aufbauen willst. Nein, 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 das war jetzt nur eine kleine Randbemerkung. Ich will tatsächlich erst mal wissen, du kommst aus dem Schwabenländle, ist das richtig? Ja, genau. Ich bin geboren im Schwarzwald. Tatsächlich auch von dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, konnte ich, glaube ich, fünf Minuten zu Fuß gehen. Da war ein Riesenwald, da gab's Wildschweine und Rehe, wenn man ein bisschen gelaufen ist. Das war sehr, sehr provinziell. Aber idyllisch. Sehr kleinstädtlich, idyllisch. Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, ich stelle mir oft die Frage, bin ich gerne dort aufgewachsen oder nicht? Weil als Jugendlicher war einfach der größte und dringlichste Wunsch, den ich hatte, ich will hier weg. Du kennst das bestimmt, die ewig alte Story, ich bin das Alien hier, ich passe hier nicht rein, ich bin in der falschen Stadt geboren. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, frage ich mich oft, war es wirklich das Allerschlimmste, was mir hätte passieren können? Und ich denke tatsächlich genau an diese Idylle zurück, die mir dann doch ein ganz gutes Gefühl gibt. Ich glaube, das war ganz schön dort. Die Natur ist schön. Was ich voll vermisse, sind so Gezeiten. Also wirklich so Frühling, Sommer, Herbst und Winter so richtig zu erleben, was man halt macht, wenn man auf dem Land groß geworden ist. Oder in einem ländlichen Gebiet, dass man das so, dass man weiß, wie Regen riecht und so. Das riecht man in der Stadt ein bisschen mit, aber halt nicht in der Intensität. Na, wenn ich an das Wetter in meiner Heimatstadt denke, muss ich an Hagel denken tatsächlich. Weil wir in meiner Kindheit, ich glaube, zwei, dreimal so richtig heftige Hagelstürme hatten. Und ich habe erst vor kurzem danach gegoogelt. Kennst du das? Du liegst nachts im Bett, kannst nicht schlafen, denkst an the most random shit. Und googelst dann Hagel, Villingen, Schwenningen. So heißt die Stadt übrigens, in der ich geboren wurde. Und habe dann rausgefunden, das ist so unter den Top 20 der risikoreichsten Hagelgebiete weltweit. Und der eine Sturm in meiner ... Weltweit? Weltweit. Und der eine Sturm ist sogar in den Top 10 der schlimmsten Hagelstürme gewesen. Also da bin ich morgens ... Also die Tennisbälle von ... Ja, das war wirklich wie so riesige Fäuste, riesige ... Also nicht mal mehr Tennisbälle, das waren große Fäuste von so großen Bodybuildern, die große Hände haben. Und da kann man richtig sterben, wenn man sowas auf dem Kopf hält. Das war zum Glück nachts, aber ich bin morgens aufgewacht. Nachts hat es mich nicht interessiert. Ich habe nur meinen Rollladen runtergemacht und habe weitergeschlafen und bin dann morgens aufgestanden. Und als ich in die Schule gegangen bin, habe ich halt gesehen, dass so jedes Fenster, was im Dach war, war kaputt. Unser Auto war komplett eingeschlagen. Also das war schon echt sehr dramatisch damals. Riesiger Versicherungsschaden mit dem Vater von meinem Auto. Und ja, da muss ich dran denken, neben der Idylle, wenn ich an Villingen-Schwenningen denke. Und das Ding, der Alien zu sein in der Stadt und im Dorf und so, das kenne ich natürlich gut. Ging das einher mit, ich vermute ja, mit Bullying und so? Ja, auf jeden Fall. Das war allerdings damals für mich nicht immer so eindeutig Mobbing. Damals hat man ja auch Mobbing dazu gesagt. Sondern das war eher so ein sehr toxischer Freundeskreis, wo ich dachte, das sind meine Freunde und ich habe keine anderen Freunde. Und dadurch habe ich auch viel mitgemacht, was ich selber nicht geil fand und wurde von denen aber eben auch, so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, die waren nur mit mir befreundet, weil sie sich gut über mich lustig machen konnten. Wow. So, das war dann so ein bisschen komplizierter, die ganze Angelegenheit. Neben dem, was natürlich sowieso an der Schule passiert ist. Also, ich meine, du kannst dir ja vorstellen, in der kleinen Stadt auf dem Schulhof, was man da alles so für Sachen ans Gesicht bekommt. Und ich weiß gar nicht, wann das so richtig angefangen hat und wie das war. Aber ich war halt schon immer der femininere Junge. Ich war immer der Junge, der irgendwie weicher ist als die anderen Jungs. Und dazu war ich halt auch ein bisschen awkward und ein bisschen introvertiert und hatte immer andere Hobbys als die anderen. Und irgendwie, das kam alles noch dazu. Deswegen fing das dann schon sehr früh an mit, hey, Mädchen, Schwuchte, was auch immer. Also, es gab die komischsten Schimpfwörter, auch so ganz spezielle Schimpfwörter, die ich gar nicht mehr wiederholen möchte, weil sie so dämlich waren. Ich will sie gar nicht mehr in meinem Leben haben, die aber speziell für mich erfunden worden sind. Und ich glaube, eine der merkwürdigsten Geschichten, die mir sehr gut im Kopf hängen geblieben ist, als ich das erste Mal Make-up getragen habe, ich glaube, da war ich so 13, 14. Da ist meine Cousine, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, bei uns gewesen. Und die meinte, hey, hast du Lust? Und ich so, ja, klar, gerne. Ich finde das total toll. Sie wusste, dass ich mich dafür interessieren würde. Und wir haben damals ein Foto gemacht. Und das war noch lange, bevor wir überhaupt eine digitale Kamera hatten. Das heißt, das Foto wurde ausgedruckt, hing dann bei mir zu Hause irgendwie an der Wand oder lag in einem Buch, keine Ahnung. Und eine dieser vermeintlichen Freundinnen war dann irgendwann bei mir, hat das Bild gesehen und meinte, du siehst voll toll aus. Ich liebe das Bild, du bist voll hübsch. Und ich war so, wow, sie mag das. Und sie hat dann auf jeden Fall das Bild mitgenommen. Sie hat gefragt, ob sie das haben kann, weil sie das so schön fand. Und ein paar Tage später bin ich in die Schule gekommen. Erste Stunde, ich sitze in der Klasse und merke, die kichern alle so ein bisschen und alle gucken auf mich. Und ich wusste nicht, was abgeht. Und dann bin ich in der Pause zum schwarzen Brett gegangen, weil ich gucken wollte, gibt es Vertretungen. Und tatsächlich wurde das Bild von ihr am schwarzen Brett dann aufgehangen. Also solche Sachen sind mehr als nur einmal passiert. Aber das ist schon eine der Geschichten, die sich so am besten in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Das ist schon echt eklig, ne? Also, ja. Das Bild war damals dann auch schon so, glaube ich, so zwei Jahre alt. Also, das ist nicht passiert, als ich 13 war, sondern da war ich auch schon ein bisschen älter. Still. Also, gerade auch dieses Vortäuschen von, ich finde dich so toll und ich finde es toll, was du machst und das dann benutzen, um sich wirklich lustig zu... Ja. Ich hoffe, die schämt sich heute dafür. Tatsächlich mache ich ihr aber auch gar keine Vorwürfe in dem Sinne, dass ich kein Groll mehr in mir verspüre, weil ich natürlich jahrelang auch über solche Sachen nachgedacht habe. Und ich wollte mich auch selber nicht so in einer reinen Opferrolle sehen, weil ich für mich auch irgendwann verstanden hatte, dass ich mich aus dieser Freundschaft nicht begeben habe. Also, ich habe mich ja auch selber in dieser Freundschaft gefangen, gefühlt gelassen und habe keine Schritte unternommen, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich bin machtlos, ich kenne niemanden anderen. Das kam dann ein bisschen später durch andere Freunde, wo ich das gesehen habe und war aber auch so, okay, ich hätte auch selber schon früher sagen können, Leute, stopp, ich habe auch alles mit mir machen lassen. Deswegen will ich mir gar nicht so die reine Opferrolle geben, weil das war auf jeden Fall falsch von ihr, aber ich hege kein Gräuel mehr, weil Kinder machen auch einfach sehr dumme Sachen. Right. Ich habe, wenn ich heute mit Kindern spreche oder mit Jugendlichen spreche, die queer sind und die mich dann anschreiben, da bin ich immer... Also, einerseits ist, glaube ich, mit dem Internet groß werden ein Fluch, weil man eben sehr früh schon sich selber aus Außen definiert und sich sehr beobachtbar macht und sich sehr verfolgbar macht und so. Und abstruse Idealvorstellungen eingetrichtert bekommt. Andererseits ist es, glaube ich, für queere Kinder, queere Jugendliche einfacher, ihren Tribe zu finden. Also, aus dieser Isolation aus dem Dorf rauszukommen und zu merken, ich bin hier nicht die Einzige und ich muss das nicht ertragen, was du ertragen hast, sondern es gibt Leute, die sind wie ich und die finden das vielleicht auch cool, dass ich als Mann, in Anführungsstrichen, Make-up tragen will. Du bist ja zehn Jahre jünger als ich. Du bist, ja, 32 bist du jetzt, ne? Ja. Ja, also, zehneinhalb. Ich bin ein Mann. Nee, bin jetzt 43. Happily so. War denn Internet da schon Thema? Ja, auf jeden Fall. Und genau das, was du gerade erzählt hast, hat mich im Endeffekt auch gerettet, mich beflügelt, hat mir Antrieb gegeben, war dann richtungsweisend für mich auch. Also, das Internet war schon immer extrem wichtig für meine Entwicklung. Ich weiß gar nicht mehr, wann das wirklich bei uns dann zu Hause angefangen hat, dass wir dann endlich mal Internetanschluss hatten, aber mein Vater war sehr spät dran. Aber da ging das natürlich nicht um Instagram und YouTube und auch noch nicht MySpace, sondern ich war damals auch ganz, ganz großer Manga-Fan, Anime-Fan. Ich habe japanische Rock-Bands gehört. Das war so eine große, so eine große eklektische Mischung meiner Persönlichkeit aus Emo, Goth, irgendwie aber trotzdem so ein super krasser Pop-Boy mit Emo, Visu. Also, da war irgendwie alles dabei bei mir. Ich habe nicht wirklich in eine Schublade gepasst. Ich habe auch immer gesagt, ich war zu Pop für meine Rock-Freunde. Das habe ich im Interview gelesen und sehr geschmolzen. Und zu Rock für meine Pop-Freunde. Also, ich musste mich immer ein bisschen entscheiden. Ja, ja, ja. Okay, ich bin gerade hier bei den ganzen, die hören alle System of a Down und irgendwie Linkin Park und japanische Rock-Bands, die keiner mehr kennt heute. Ich darf jetzt nicht so viel über Mariah Carey und Madonna reden. Das war schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig damals. I relate so hard. Ich hatte wirklich auf der einen Seite, hatte ich die Sepultura-Leute und so, also die halt wirklich so Death Metal gehört haben und da wollte ich irgendwie auch dazugehören. Und dann hatte ich die harten Goth-Freunde und die nur immer weiß und mit großen, großen schwarzen Haaren. Und auf der anderen Seite halt dann irgendwie meine schwulen Freunde, wie man dann alle so, hey, we love Madonna, she's really cool. Aber tatsächlich muss ich sagen. Kennt ihr Nena? Na gut, die sieht doch auch richtig Goth aus mit den schwarzen Haaren und der Lederjacke. Damals noch nicht. Aber ich muss sagen, ich glaube, einer so der großen Punkte, wo irgendwie alle so ein bisschen dann Interesse gezeigt haben, war damals tatsächlich schon auch so Marilyn Manson zum Beispiel. Right. Weil der irgendwie schon so eine interessante Schnittstelle war. Also der war schon mehr alternativ, aber der war trotzdem halt auch ein großer Name, was Popkultur angeht. Right. Obwohl das ja auch, also für mich war, ich bin zwar bei Antichrist Superstar eingestiegen, das war mein erstes Manson-Album, wo ich connected hab. Aber das große Ding für mich war dann natürlich Mechanical Animals, war halt auch der Look dann plötzlich dieses ganze Glamrock, diese Omega, diese Identität, die er da erschaffen hat. Das war ja sehr konzeptuell, sehr Bowie. Ja, das war sein Bowie-Moment. Genau. Und das war, da hab ich halt hardcore mit connected, wo mir im Nachhinein aber klar geworden ist, eigentlich war das ja auch ironisch, was er da gemacht hat. Das war ja nicht, also er hat das ja nicht ernst genommen, das war ja auch eine Karikatur eigentlich von Popkultur, was ich damals gar nicht so gelesen hab. Ich war so, oh mein Gott, she's glamorous, now I love her even more. Ja, wird ihm da nicht gerecht geworden sein. Aber lass uns zur Geschichte zurückkommen, sorry. Ja, auf jeden Fall, wir waren beim Internet und deswegen war ich eben viel auch auf Conventions und damals war dann auch das Internet ein großes Thema, weil du hast dich connected mit Leuten, die ähnlich gedacht haben, gefühlt haben, ähnliche Interessen hatten. Und es gab damals eben verschiedene Plattformen und Foren, wo man sich da austauschen konnte und ich weiß noch, das war bei mir damals zum Beispiel Animax hieß das. Das war so eine der größten Seiten, ich glaub, die gibt's auch heute noch und das Layout sieht noch genauso aus wie im Jahr 2009. Und tatsächlich haben wir dann angefangen, dort irgendwie so mehr zu connecten mit anderen Leuten und ich hatte dann irgendwann später Freunde in Stuttgart, das war so der erste Step für mich, um aus Villingen-Schwenningen zu entkommen. Ein Freund von mir muss immer lachen, wenn ich Villingen-Schwenningen höre. Die nächste Große war ein. Villingen-Schwenningen. Er fragt sich immer, wie kann eine Stadt so heißen, das ist eine Doppelstadt, das sind zwei. I know, die Tyra kommt daher. Aber ich will gar keine Werbung für Villingen-Schwenningen machen. Es wird auch hart. Auf jeden Fall, MySpace kam später, zuerst war das Animax und wir haben damals mit den Freunden in Stuttgart angefangen, selber so ein Forum aufzubauen. Also wir haben wirklich einfach so auf so einer Plattform, da konntest du dich anmelden, konntest ein Forum machen und das hieß dann Freaks. Und das hatte genau den gleichen Schriftzug wie Friends und wir sind dann so durch Deutschland gereist auf Conventions und immer, wenn wir Leute kennengelernt haben, haben wir gesagt, hey, melde dich doch auch in unserem Forum an, wir wollen gerne in Kontakt mit dir bleiben. Und tatsächlich war das dann so der erste richtige Freundeskreis, an den ich heute auch gerne zurückdenke. Die Menschen finden leider in meinem Leben gar nicht mehr so richtig statt. Man hat sich anders entwickelt, ist andere Wege gegangen. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr dankbar für die Zeit, die ich damals mit diesen Freunden verbracht habe, weil ich da sehr viel über mich selbst gelernt habe, weil auch mein Coming Out damals quasi stattgefunden hat. Und da waren endlich Menschen, die an mich geglaubt haben, wo ich nicht irgendwie was sein musste für die, sondern wir waren einfach alle Freaks, haben wir uns genannt damals. Ich glaube auch, das erste Mal das Gefühl zu haben, wenn man immer so geaddert worden ist, geaddert worden ist, wenn man immer das Alien war, der Außenseiter, das erste Mal mit einer Gruppe zusammen zu sein, wo alle so sind, das ist halt auch ein irrsinnig prägendes Erlebnis. Also war es für mich und das glaube ich auch. Es ist halt einfach das erste Mal, sich nicht als der Freak zu fühlen, sondern, also Freak jetzt im positiven Sinne bei euch ja, aber zum ersten Mal nicht der Außenseiter zu sein, sondern irgendwie halt connected zu sein. Aber genau deswegen haben wir auch damals das Wort Freak benutzt, weil wir das einfach so ein bisschen reclaimen wollten und gesagt haben, ja okay, aber what's the big deal? Was ist das Problem damit? Dann sind wir halt Freaks, aber wir sind einfach so, wie wir sind. Und wenn ihr das doof findet, dann ist uns das egal, dann nennen wir uns einfach selber so. Das war auch der Gedanke dabei. Und das war dann auch, Animax habe ich gelesen, war dann auch, so hast du dann auch die Leute kennengelernt, mit denen du dann später die Band gegründet hast. Ja genau, in der Phase damals, weil ich wie gesagt in Stuttgart war ziemlich viel und wir sind auf Conventions gegangen und da habe ich dann auch auf einer Convention meinen Gitarristen kennengelernt, also der dann später der Gitarrist in meiner Band war und wir haben uns alle so kennengelernt. Und das war damals die, wie hieß das? Die Animagic hieß die, glaube ich, in Koblenz. Und da habe ich damals auch meine Bandmember kennengelernt und da haben wir auch diesen Gedanken entgegen. Koblenz, Schreier. Ja, Koblenz war das. Ich fand das ganz aufregend, weil da waren so ein großer Park und so Säulen oder ich weiß es nicht mal mehr. Potanegra ist das, glaube ich. Ich kann mich nicht mal in Koblenz erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich tolle Freunde damals so hat kennengelernt habe. Ja, nee, das ist nicht Koblenz. Egal. Ja, ich bin geografisch eine absolute Niete. Same. Toll. Ich spiele die gerade ganz viel Quiz-Duell und finde es total cool als App auf dem Handy, weil das ist nicht so blöd wie Candy Crush. Und immer, wenn irgendwie geografische Fragen kommen, ist es immer so DÖÖP. Redest du dann immer wild drauf los? Nee, manchmal versuche ich noch Sachen herzuleiten. Also so klug bin ich dann schon, dass ich dann versuche, die absurdesten Antworten auszuschließen und dann hat man halt irgendwie, ich meine, du hast ja noch ganz wenig Zeit, hast du halt dann irgendwie schnell A oder B und meistens geht es schief. Und irgendeine Corona-Beschäftigung braucht man doch. Eben. Eben. Und es ist besser als Essen. Naja, nicht wirklich. Also Essen, finde ich, ist momentan wirklich eigentlich das Beste. I know. I know. Aber ich habe nächste Woche einen Schuhe. Ich reiße mich jetzt abends immer schon zusammen. Ich trinke auch momentan nicht und versuche irgendwie, dass ich mindestens noch mal ein Kilo oder zwei runterkriege, bis ich dann in die Corsage wieder muss, weil das ist sehr unangenehm momentan. Das glaube ich dir, wenn das dann so alles enger macht. Also Corsagen sind ja immer scheiße, weil man nicht atmen kann. Aber wenn das jetzt alles irgendwie in meine alte Corsage muss und dann drückt man es zusammen und dann, ja, die Lunge muss halt auch noch irgendwo Platz haben und das Herz. Und deine Kleider sind ja meistens natürlich auch sehr anliegend, nicht wahr? Ja, ich bin die Mariah Carey of Drag. Ja, du würdest auch gerne eingenäht in deine Kleider. Aber ich finde das auch sehr geil. I love it. Also, seriously, wenn es nicht zu eng ist, will ich es nicht tragen. Ich liebe das und genau so habe ich dich ja auch kennengelernt. Da! Das kannst du kurz mal erzählen, bitte. Weil wir hatten nämlich vorher geschrieben, dann hast du geschrieben, ach super, und dann kann ich auch erzählen, dass du die erste Drag Queen bist, vor der ich Angst hatte. Und ich war so, what? Hmm, explain, please. Okay, du hast auch gleich nachgefragt, noch Angst hast, weil ich das auch so in den Präsens geschrieben habe. Aber natürlich habe ich schon lange keine Angst mehr vor dir. Aber als ich dann natürlich irgendwann nach Berlin gezogen bin mit frischen 17, 18 Jahren, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich muss schon 18 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Und natürlich plötzlich die große Großstadt vor mir hatte und ich realisiert habe, Stuttgart ist auch nicht so groß. Das war für mich nur der erste Schritt. Doch nicht der Nabel zur Welt. Doch nicht der Nabel zur Welt. Aber ich meine, in Stuttgart war ich die ersten Male in Clubs. Right. Und ich meine, so queeres Clubleben in Stuttgart war auch nicht so aufregend. Ich glaube, es gab damals so zwei Clubs, Subway und den Kings Club. Genau, die KC, wie heißt sie denn, die Verrückte, die das macht? Nora? Nee. Die da die ganze Szene geschmissen hat, die Rothaariger? Die kennst du wahrscheinlich besser als ich. Ach, verdammt. Eine Heterofrau, die wirklich die ganzen Läden da geschmissen hat und alles aufgezogen hat. Ich war damals 15, 16 und ich habe mich in die Clubs geschlichen, obwohl ich noch eigentlich gar nicht da sein durfte. Deswegen kannte ich auch die Nora wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall gab es aber auch natürlich nicht eine große Dragszene oder eine große Dragkultur und auch keine Bühnen in Stuttgart. Und ich meine, wenn man mal jemanden im Club gesehen hat, dann war die Person einfach da. Ja, aber es war kein großes Ding und die waren auch wahrscheinlich nicht so glamourös wie die Queens in Berlin, so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Manche der Queens in Berlin. Damals wie heute. Damals wie heute. Aber ich meine, Drag is a very diverse thing. Ja, ja. Many looks. Here for it. Many characters. Und natürlich habe ich mich dann auch ein bisschen hier umgeschaut und ein bisschen ins Nachtleben gestürzt. Und da war natürlich auch eine der ersten Adressen das GMF. Ja. Und wer war Mitte der 2000er einfach, wer waren die dominierenden Gestalten im GMF? Das war unter anderem Barbie natürlich. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass auch immer, wenn ich auf dem Dancefloor war und Barbie dann mit so einem eisigen Blick hinter dem DJ-Pult stand und man hatte das Gefühl, ich bin die Königin der Nacht und ihr seid alle meine Untertanen. Und Barbie hatte einfach schon eine krasse Ausstrahlung hinter dem DJ-Pult und das hat mir, glaube ich, im ersten Moment schon so ein bisschen Angst gemacht, weil ich einfach nicht wusste, bist du nett und bist du das oder bist du nicht das? Und du warst einfach so eine krasse Erscheinung, deswegen glaube ich, dass ich am Anfang so ein bisschen Angst vor dir hatte. Und ich glaube, Angst ist das falsche Wort, eher sehr viel Respekt vor dir hatte. Und so habe ich Barbie kennengelernt. Und ich hatte nicht lange Angst vor dir, aber es war nur, du kennst das, wenn du aus einer Kleinstadt plötzlich in einer Großstadt bist. Und dann wirst du konfrontiert mit Dingen, die du vielleicht damals auch noch nicht im Internet gesehen hattest, weil es gab kein YouTube, sondern wenn du Glück hattest, lief mal eine Doku auf der ARD oder so. Aber sonst konntest du ja nicht einfach sagen, ich recherchiere jetzt mal nach Drag Queens in der Großstadt, so wie heute zum Beispiel. Und deswegen, ja, bin ich aber sehr dankbar dafür, dass ich dann so viele glamouröse Drag Queens in Berlin kennenlernen konnte. Ich dachte, die Geschichte ist viel schlimmer. Nein, nein, nein. Also ich weiß, mir wurden mal zwei Leute vorgestellt von Cinema Bizarre. Ja, das war ich. Das warst du. Und die wollten Hallo sagen und ich war irgendwie sehr kurz angebunden, weiß ich noch. Und etwas unterkühlt und war so, what? No. Und habe kurz Hallo gesagt, mich dann weggedreht. Und das erinnere ich noch als einer der weniger stolzen Momente in meinem Leben. Ach. Wo, nein, nein, seriously. Weil, ne, man war halt nicht immer nett. Ich war nicht immer nett. Ich war durchaus auch eine Bitch ab und zu. Und das ist nicht so in alignment mit dem, wie ich heute wahrgenommen werden will und mir auch Mühe gebe zu sein. But ja. Aber du kennst das ja auch, wenn du jemanden toll findest und von der Person Respekt hast, dann ist es ja nochmal was anderes. Also du willst ja auch gerne, dass die Person nett ist, wenn du die toll findest. Und ich glaube, deswegen war das auch dann dieses, wow, das ist Barbie. Und so das, was ich als Angst in Anführungsstrichen beschreiben würde, weil ich dich natürlich auch eine total tolle Erscheinung fand. Und ich kann mich auch noch genau daran erinnern. Das war nämlich damals nach der Premiere von The Producers, das mal ganz kurz für drei Wochen gefühlt in Deutschland lief. Und da war Bob nämlich auch bei der Premiere und der hat uns dann eingeladen, ins GMF mitzukommen. Ja, sind wir eh ständig. Und dann hat er uns kurz vorgestellt, das weiß ich noch, und du warst auf jeden Fall sehr, sehr unterkühlt, das weiß ich noch. Aber, I mean, it was a moment. Naja, also, ja, das sowieso. Und ja, das, was viele Leute halt, glaube ich, nicht verstehen oder nicht wissen, wie das damals war, das war der Bereich hinter dem DJ-Polt, war halt so ein bisschen heilig. Sehr klein auch. Ja, ja, und sehr heilig. Und wir hatten da unsere CDs liegen und es kamen halt ganz oft Leute daran, die da eigentlich nicht hingehört haben und haben da dann im Suff, weil sie irgendwie uns nah sein wollten und so, und haben dann im Suff irgendwie mal da einen Drink drüber gekippt aus Versehen oder so. Deswegen waren wir da immer sofort so, warum sind die hier, was machen die hier, sie müssen hier sofort wieder weg. Ja, aber das entschuldigt mein Verhalten. Und ich bin dann aber auch eine Person, ich dränge mich ungerne auf. Also, ich mache manchmal den Anschein, glaube ich, weil ich ja auch ein auffälliges, extrovertiertes Äußeres habe oder gerne auch, wenn ich dann in the mood bin, auch eine extrovertierte Person bin. Aber trotzdem dränge ich mich nicht gerne auf. Also, wenn ich auch merke, ich bin da immer sehr feinfühlig, sensibel und empathisch und sobald ich merke, vielleicht ist das gerade nicht der Ort, wo ich sein muss, dann muss ich auch nicht sagen, geil, ich kann jetzt voll die Show hinter dem DJ-Polt machen. Deswegen weiß ich auch, dass ich dann auch, wir sind ziemlich schnell wieder gegangen. Absolut. Weil, wenn ich dann das Gefühl gehabt hätte, ey, du freust dich, dass wir da sind, dann wären wir da gewesen. Und ich meine, du musstest ja auch auflegen. Yes. Und ich meine, da standen auch so. Nicht so, dass ich gemixt hätte. She did not. Aber, ja, man musste die Pause abpassen, wenn man den Regler von links nach rechts reißen kann. In den nächsten Songs. DJing kann man es eigentlich nicht nennen. Aber hey, ich habe den Vibe im Raum geleitet mit meiner Musik. Und das hast du großartig gemacht. Ich habe tolle Erinnerungen an tolle Nächte im Jahr. Ja, nein, das war super, das war toll. Und es hat lustigerweise, in dem Moment, als alle angefangen haben, mit elektronischer Software aufzulegen und dann nur noch nach BPM-Zahl die Songs ausgesucht haben und nicht mehr nach Energie, hat es für mich auch an Qualität verloren, die Nächte da. Also dann wurde es irgendwie so ein bisschen sehr einheitsbrei. Und das, was vorher, wenn man die Leute halt so durch die Dramaturgie der Songs mit der Energie im Raum, irgendwie, wenn man das versucht hat zu erspüren und die Leute damit irgendwie geführt hat, hatte ich das Gefühl, die feiern intensiver. Und die Katharsis, der Moment, wo alles explodiert irgendwie, ist intensiver, als es dann halt irgendwie alles 126 BPM war und mit Knopfdruck. But I might be talking out of der Bitternis, dass ich es nie gelernt habe, aufzulegen. Nein, aber irgendwie, wenn du das so erzählst, muss ich irgendwie auch an viele merkwürdige Geschichten denken, weil ich weiß auch noch, das war so eine Zeit, wo dann viele Leute angefangen haben, so Songs vielleicht mal im Internet runterzuladen. Oh je. Und dann liefen auch manchmal gerne Songs, die dann irgendwie entweder komisch gepitcht waren oder wo dann tatsächlich so Radio-Overloads waren. Radio, ja, 2, 5, irgendwas. Und ich war immer so, what the fuck is happening? Oder Störgeräusche, die dann die Plattenfirma hatte, die Songs dann online gestellt, immer mit Störgeräuschen dazwischen, die mega laut waren. Und wenn man die Songs vorher nicht durchgehört hatte und die dann einfach so aus dem Internet gezogen hat und ich spiele das jetzt mal, plötzlich dann so. Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ja. Und ich kann mich auch noch an eine Party erinnern, wo du, glaube ich, das gleiche Lied irgendwie dreimal in einer Stunde gespielt hast. Ich hatte, als Bad Romance rauskam, genau, als Bad Romance rauskam, habe ich das immer dreimal hintereinander oder zwei Mal hintereinander gespielt, am Stück. Und auch mit wachsender Begeisterung der Gays. Also jeder hat sich jedes Mal, wenn das Lied kam, hat er schon so, yeah. Beim zweiten Mal, yeah. Und irgendwann hat dann die Bar sich beschwert. Und ich habe gesagt, okay, wenn die alte das jetzt noch einmal spielt, rasten wir aus dem Kind nach Hause. But the Gays loved it and I loved it. Ja. Ach, das waren schöne Zeiten. Oh, hey. Also, falls ihr euch wundert, da ist gerade ein Kater hier dazugekommen. Ja. Der erzählt uns auch was. Ja. Jetzt sind wir hier schon einmal quer durch die Zeit gestolpert, wie das unsere Art ist. Cinema Bizarre, Stichpunkt Cinema Bizarre und MySpace. Tell me about that. Cinema Bizarre, um das natürlich erstmal vorzustellen für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, das ist die Band, in der ich lange gesungen habe. Die Band, die ich gegründet habe mit meinem Gitarristen und Bassisten. Und so Mitte der 2000er waren wir eine der ersten Bands, die quasi auf MySpace so auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir kamen aus dem Internet und haben uns kennengelernt auf Conventions und Animax. Und irgendwann hatten wir halt dann dieses MySpace-Profil. Und da haben wir gesehen, wow, die Leute finden das geil und wir hatten gar keine Musik und gar nichts. Und plötzlich waren da viele Leute, die uns einfach geil fanden. und etwas später haben wir dadurch unser Management kennengelernt, die das dann alles so ein bisschen professionalisiert haben mit uns. Und ja, wir sind quasi mit MySpace die ersten Schritte ins Musik-Business gegangen. Das war damals echt noch ein Ding, ne? Also auch Jeffree Stars Karriere fing ja auf MySpace an. Da war ja, glaube ich, der Mensch mit den meisten Followern dann auch irgendwann, ne? Das war halt echt ein Ding, dass man erst über Visual irgendwie da eingestiegen ist und dann aber eben auch so eine Generation das so genutzt hat für sich. Und wirklich, also man hat die Musik direkt da hochgeladen, die Leute konnten es direkt anhören, die konnten Kontakt mit euch aufnehmen. Das war das erste Mal, dass das so direkt auch möglich war, ne? Und dass man quasi seine Karriere ein bisschen selber in die Hand nehmen konnte. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch, glaube ich, weitere Künstler, wo man das oft gar nicht weiß, dass die auch ein bisschen mit MySpace angefangen haben. Zum Beispiel Lily Allen. Und ich glaube, Adele hat tatsächlich auch mit MySpace so ihre Fanbase aufgebaut. Also das war schon ein Riesending. Und vor allen Dingen, weil halt Musik und die Profile so gekoppelt waren, war das für Künstler eine riesige Chance, das erste Mal zu sagen, okay, wir können tatsächlich anfangen, eine Fanbase aufzubauen, ohne uns von Magazinen oder Fernseher oder sonstigem abhängig zu machen. Also das, was wir als Massenmedien verstehen. Und auch sich gleich von der Plattenfirma reinquatschen zu lassen. Ich meine, die nehmen ja auch sehr gerne Einfluss, die Herren und Damen. Und sagen den Künstlern, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dass man das erst mal selber kreieren kann. Und dann quasi ein fertiges Produkt, was einem selber entspricht, quasi verkaufen kann. Und dann noch eine Plattenfirma sagen können. Also wenn ihr uns haben wollt, this is who we are. Das ist ja schon auch ein bisschen anarchisch und ein bisschen mittelfingerig. Und eigentlich super geil. Ja, bei uns kam die Musik tatsächlich aber auch erst dann, als wir dann tatsächlich schon eine Plattenfirma hatten. Weil das ist die komische Geschichte einfach bei uns. Wir hatten keine Songs oder sowas, sondern wir haben dann unser Management kennengelernt. Wir hatten eher die flinke Idee, eine Band sein zu wollen. Und wir haben halt zu Hause dann ein bisschen gejammt. Und wir waren auch in anderen Städten. Und irgendwann hat uns halt, also mein Gitarrist wurde damals von dem Management angeschrieben. Und der hat uns dann vorgestellt und connected. Und die fanden uns toll. Und die haben eben quasi eine Band gesucht in diesem Visual-Key-Segment auch. Erklär kurz, was Visual-Key ist. Okay. Visual-Key, ich habe ja vorhin schon Manga, Anime-Kultur erwähnt. Und Visual-Key ist eine Bezeichnung für ein Subgenre von J-Rock, sprich Rockmusik, die aus Japan kommt. Und Visual-Key war ein Look, der sehr feminin ist, der sehr vom Kabuki-Theater auch inspiriert war. Und wie, versteht man das, wenn ich so erkläre? Ja, ja, ja. Also mir geht es eher auch um die Leute zu Hause, die vielleicht gar nicht wissen, was diese Welt angeht. Das war auf jeden Fall ein sehr auffälliges Genre in Japan. Und es ging, also Visual-Key beschreibt nicht unbedingt das Musik-Genre, sondern das war ein bisschen so auch wie so bei Hair-Metal, wurde assoziiert mit den Haaren. Und Visual-Key war eben auch ein Look, ein sehr femininer Look. Goth, Androgyn sind so Worte, die das irgendwie so grob beschreiben können. Und unser Management hat eben so in dieser ganzen deutschen Visual-Key-Fanszene gesucht, gibt es da Leute, gibt es da Bands, ist da irgendwie jemand, der interessant ist? Und ich glaube, die meisten Bands, die es halt damals auch gab, die haben halt auch immer probiert, wirklich zu sein wie eine japanische Rockband. Und das war aber nie unser Anspruch, sondern gerade auch durch meinen eklektischen Geschmack irgendwie wie alles Mögliche zusammenkam, waren wir irgendwie halt auch ein bisschen so breiter aufgestellt und offener für viele Ideen. Und wir waren immer so, wir wollen das gar nicht so eins zu eins kopieren. Und dann hat eben unser Management damals gesagt, okay, komm, wir nehmen mal ein paar Demos auf. Und die wurden damals aber auch nicht auf MySpace hochgeladen, sondern die wurden dann an die Labels geschickt. Und erst als es dann auch tatsächlich langsam Musik gab, später so eineinhalb Jahre später mit einem Label, wurde auch das mal so angeteast auf MySpace, um zu gucken, was, wie sind da so die Reaktionen. Und das, also ich glaube, Plattenvertrag, so richtig los ging es 2005 dann für euch, ne? 2005 haben wir uns kennengelernt. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wann wir den Vertrag unterschrieben haben. Das ging alles sehr, sehr schnell damals. Ich glaube, 2007 haben wir den Vertrag unterschrieben. Ich weiß es nicht mehr, wann genau das war. Aber ich glaube, den Managementvertrag habe ich unterschrieben. Da war ich noch nicht volljährig. Wow. Und den Plattenvertrag konnte ich dann schon selber unterschreiben. Aber Teile unserer Band haben auch noch die Eltern gebraucht, um den Plattenvertrag zu unterschreiben. Okay. Und ihr seid dann, also wenn man jetzt dem Bild-Zeitungsartikel, glaube ich, Glauben schenkt, hat die Plattenfirma euch in eine Edel-WG gesteckt. Ist das so richtig? Das war keine Edel-WG. Wurde das so benutzt in diesem Artikel? Es stand eine luxuriöse WG von der Plattenfirma, wo ihr zusammengesteckt und dann Sex, Drugs, Rock'n'Roll und totaler Exzess. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll so ein bisschen ansatzweise vielleicht. Aber ich meine, was tut man auch, wenn man 17, 18, 19 ist und plötzlich in Berlin wohnt. Mit Plattenvertrag. Mit Plattenvertrag. Also es war natürlich auch schon ein bisschen wild bei uns. Aber es war keine luxuriöse WG. Es war eine kleine Wohnung in der Verlängerung der Simon-Dach-Straße hier in Friedrichshain tatsächlich. Also um die Ecke quasi. Und das war einfach so eine typische Berliner Altbauwohnung mit so einem hässlichen Teppich drin. Wow. Das war nicht luxuriös. Und auch wir hatten keine Möbel und gar nichts. Sondern ich glaube, das war noch möbliert. Genau. Von dem Vermieter. Und da stand halt so ein Mini-Bett drin mit einem Mini-Kleiderschrank. Das war überhaupt nicht luxuriös. Aber ich habe trotzdem total gerne dort gewohnt. Weil wir waren eh nicht so viel zu Hause damals. Das war eher so, wenn wir in Berlin sind, brauchen wir einen Schlafplatz. Wenn wir nicht gerade irgendwie dort und dort und dort sind. Und unser Proberaum war um die Ecke. Deswegen, das war schon eine geile Zeit. Aber luxuriös war es nicht. Da wart ihr zu dritt oder zu viert? In der WG waren wir zu dritt. Okay. Die anderen beiden, der eine kam sowieso aus Berlin, hat bei seinen Eltern gepennt noch. Und unser Keyboarder, der wollte damals nicht mit uns in die WG. Der war lieber, der war, ja. She would like to be by herself. Exactly. Got it. Und nun hat man jetzt über die Zeit in der WG, wie gesagt, die Bild-Zeitung hat geschrieben, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und so. Eine Sache, die auch erwähnt worden ist, die mir aufgefallen ist, war, dass das Bulimie ein Thema für dich war. Stimmt das? Mhm. Tell me about that. So gesehen, ich weiß es nicht mal, ob es wirklich, wenn ich heute so zurückschaue, ob reine Bulimie per se das Thema ist. Sondern das war, glaube ich, eher, ich hoffe, ich muss jetzt keine Triggerwarnung oder so rausgeben. Ich glaube, das war auch eher so ein Symptom von SVV, also selbstverletzendes Verhalten, das ich ansatzweise schon hatte, als ich sehr jung war. Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich mir gerne mal so mit den Fingern die Augenbrauen ausgerupft oder habe mich gerne so an den Oberschenkeln sehr gekratzt, wenn ich nervös war. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Bulimie per se ist oder einfach nur ein Symptom von dem SVV, was sich irgendwann in meinen Teenagerjahren entwickelt hatte, weil ich irgendwie immer sehr unglücklich war mit meinem Körper. Ich habe mich immer sehr awkward gefühlt in meinem Körper. Ich war nie zufrieden. Teilweise, wenn ich heute Bilder angucke, denke ich mir, warum habe ich mich damals so dick gefühlt? Ich war super dürr. Und ich glaube, als das dann eben auch mit der Band angefangen hat, war das schon auch plötzlich wieder so ein aufblühender Gedanke in mir, auch durch die Kritik, auch die von Seiten kam, vielleicht vom Label oder so, dass man eben immer perfekt aussehen muss, dass man immer gut aussehen muss. Und auch, ich weiß, innerhalb der Band gab es auch immer wieder so Vergleiche, so hey, du hast zugenommen, ich bin hier der Schlangste. Und eben, man muss auch drüber nachdenken, dass diese ganzen japanischen Bands, die wir so toll fanden auch, die waren super skinny. Auch viele von den Charakteren in Manga, die ich gelesen habe, sind natürlich auch so überproportional dünn, also übermäßig dünn dargestellt. Und deswegen war ich dann immer so, ich will schlankere Beine haben. Es ging nie darum unbedingt, ich muss abnehmen, sondern es ging immer so der Fokus auf einzelne Körperteile, die nun mal so sind, wie sie sind, die ich aber gerne anders hätte. Und eine Zeit lang war das schon echt schwierig, weil ich dann Fressattacken hatte und mich schlecht gefühlt habe. Und dann hatte ich eben immer das Gefühl, das muss jetzt auch wieder raus. Und das war eine Zeit lang, hat das schon auch so mein Essverhalten und meinen Alltag schon auch ein bisschen beeinflusst. Ich hatte ja lange Podimie, also was heißt lange, ich glaube vier Jahre. Und ich habe es lustigerweise, ich hätte es gar nicht gebraucht. Ich habe es während einer Diät angefangen, die Kotzerei, weil ich, ich habe mir, ich weiß gar nicht, 1200 Kilokalorien oder so am Tag erlaubt. Und wenn ich dann, Fressattack in Anführungsstrichen, wenn ich ein bisschen was drüber war, wenn ich irgendwie drei Belieben zu viel gegessen hatte, ich habe alles aufgeschrieben, dann musste das sofort wieder raus. So, das war, und somit habe ich, damit habe ich es mir quasi schön geredet. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Bulimie, sondern es ist nur ein zusätzliches Kontrolltool für mich, damit ich hier, das hier alles im Rahmen behalten kann und so, damit ich meiner Diät treu bleibe. Und damit bin ich es aber nicht mehr losgeworden. So, und dann habe ich halt tatsächlich auch, also das Fressen richtig absurd ausgedehnt. Also ich habe wirklich absurde Mengen von solchen mich reingestopft in kürzester Zeit und es wieder rausgekotzt, weil ich halt auch wusste, ich kann es wieder rauskotzen. Und habe das alles immer noch für kein Problem gehalten, so richtig, bis ich dann so körperliche Veränderungen gemerkt habe. Also ich habe Tränensäcke gehabt, Schwellungen am Auge, die einfach nicht mehr weggegangen sind, weil dieser Druck im Kopf, den man aufbaut, so massiv war. Oder so Flecken in der Haut, die nicht mehr weggegangen sind, eine Weile dann nach dem Kotzen. Immer Nasenbluten vom Kotzen sofort. Und ich habe jetzt noch diese irrsinnig geschwollenen Speicheldrüsen an der Seite vom Kiefer. Das geht auch nicht mehr weg, das ist permanent, weil die einfach ist ein Begleiterstern der Bulimie. Ich erzähle das alles dann mit den Leuten zu Hause, die vielleicht denken, ach, das kann man ja einfach mal anfangen und so ein bisschen dazu mit einbauen, ist schlimmer, als ihr denkt. Und die Folgen sind vielleicht auch langwieriger, als man so denkt. Also einfach mal ein bisschen kotzen ist es halt nicht. Definitiv. Deswegen glaube ich auch, dass viele Leute das manchmal immer noch ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen und gar nicht verstehen. Es geht nicht einfach nur darum, hey, ich will jetzt dünn sein, sondern da sind einfach so viele andere Mechaniken, die in dir arbeiten, die dich auch dazu bringen und die sich dann auch körperlich irgendwann einstellen bei dir, wenn du einfach das eine Zeit lang übermachst. Bei mir war es nie so krass wie bei dir, weil ich es auch nicht wirklich so regelmäßig gemacht habe. Es war eher immer nur so auch streckenweise, wenn ich teilweise bemerkt habe, hey, wir haben einen Videoshoot, wir gehen auf Tour, dann hatte ich plötzlich wieder diesen Druck in mir oder wenn dann so ein Kommentar kam, das war nie eine lange Zeit durchgehend. Und ich glaube auch, also bulimisches Verhalten war relativ vorübergehend bei mir. Deswegen hat sich auch körperlich nichts verändert. Aber ich hatte auch eine Phase, das war allerdings nicht während der Band Hochzeits, sondern eher danach, wo ich dann wirklich auch bemerkt habe, dass ich extrem viel Sport gemacht habe. Und im Endeffekt ist das ja auch anorektisches Verhalten. Eben, es ist nicht bulimisch, aber es ist eben auch, du hast gerade schon das Wort Kontrolle gesagt, das ist so eigentlich weird, dass du das so sagst, weil wenn du ja mit vielen Therapeuten auch sprichst, sagen ja auch viele, dass tatsächlich die Bulimie auch nur ein Symptom ist, weil du so einen krassen Kontrollzwang deinem Körper gegenüber hast. Also das ist für mich das, also wenn man Bulimie runterbrechen muss, auf ein Wort ist es der Versuch, Kontrolle zu behalten. Genau, über deinen Körper. Weil sich vielleicht andere Sachen deiner Kontrolle entziehen, ist ganz oft die Flucht in die Bulimie, weil du dann das Gefühl hast, zumindest, I can control this here right now. Ich kann kontrollieren, was mit dem Scheiß passiert. Aber am Ende des Tages eben halt nicht. Deswegen hatte ich dann auch nicht verstanden, dass mein exzessiver Sport eigentlich auch nur ein Symptom davon war, dass ich eben wieder so eine Kontrolle darüber hatte. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich in der Phase auch rückblickend am schlimmsten aussah. Also ich bin wirklich fünf bis sieben Mal die Woche zum Sport gegangen. Jesus. Ich habe jedes Mal eineinhalb Stunden Cardio gemacht und habe, glaube ich, fast ein Jahr lang komplett auf Alkohol, Schokolade, alles, was übermäßig Kalorien hatte, verzichtet. Ich habe fast nur abends Salat und Hühnchen gegessen und ich habe extrem viel abgenommen. Ich glaube, ich hatte irgendwann dann so 56 Kilo und ich fand mich aber immer noch irgendwie zu kräftig. Und im Nachhinein gucke ich mir die Bilder an und ich denke mir, wow, ich hatte keinen Arsch mehr in der Hose. Wie konnte ich das schön finden? Ich mag meinen Po nämlich und der verschwindet, wenn ich abnehme. Und ich habe es im Nachhinein verstanden, dass es mir gar nicht darum ging, hey, ich bin jetzt voll sportlich, sondern wieder, um diese Kontrolle über meinen Körper zu erlangen. Das Lustige ist aber doch, dass das von außen, vom Außen beklatscht wird. Also solange du, solange Sport im Spiel ist, solange suggeriert wird, guck mal, ich bin fit, sind alle happy. Und wenn man damit aufhört mit diesem eigentlich, in diesem Fall kranken Verhalten, nicht Sport generell, aber in diesem Fall kranken Verhalten oder auch bei mir die Kotzerei, in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu kotzen und dadurch automatisch auch zugenommen habe, dann haben sich die Leute angefangen, Sorgen zu machen und dann wurde ich jetzt krank gelabelt. Also du hast ja offensichtlich ein Problem mit Essen. Und ich vermute mal in dem Fall, als du aufgehört hast aus diesem Laufrad, oder als du aus diesem Laufrad ausgestiegen bist von die ganze Zeit Sport und diese Diätrestrictions, hast du dann zugenommen? Ich habe dann zugenommen wieder. Und die Reaktionen waren wie? Zuerst gab es, glaube ich, gar nicht so viele Reaktionen darauf. Also ich weiß, von Fans wurde das eigentlich sowieso immer kritisiert online. Das war auch am Anfang, als ich angefangen habe, meinen Bart zu tragen. Das erste Mal war auch so, hey, du bist doch so ein ... How dare she? Ja, du bist doch so super androgyn. Und da war aber damals irgendwie auch eher der Punkt, dass ich bemerkt habe, es war halt immer so ein Kampf gegen meine Körperhaare, den ich einfach nicht mehr führen wollte. Weil ich fand mich selber so schön, ich habe eine Zeit lang auch wirklich alles rasiert, auch meine Arme und meine Beine. Also ich wollte immer so super, super, super in between genders sein, weil ich mich so am wohlsten gefühlt habe. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit gegen meinen Körper. Und das war dann sowohl der Sport als auch sowas wie Körperbehaarung zum Beispiel. Und ich wollte das einfach irgendwann nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich kann diesem Anspruch, den ich habe, an das Bild, wie ich sein möchte, ich kann dem niemals gerecht werden, weil Körper nun mal unterschiedlich sind. So jeder kann an sich arbeiten, jeder kann auf irgendwas hinarbeiten, aber es gibt trotzdem große Unterschiede, wie Körper aussehen, wie sie gebaut sind, wie sie funktionieren. Und man kann sich nicht immer mit jedem Bild von jemandem vergleichen. Und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr ertragen, weil der Druck, den ich mir selbst aufgebaut habe, der war zu groß. Und das war dann auch die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse mich jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen gehen. Ich probiere mir mal einen Bart wachsen zu lassen. Und ich bin ja auch schon immer ein sehr experimentierfreudiger Mensch gewesen, wo ich einfach auch mal wieder einen neuen Look ausprobieren wollte. Und dann gab es schon viel Kritik, aber erstens nicht so viel mit dem Gewicht, sondern eher so, du hast jetzt auch einen Bart, du veränderst dich so sehr. Bist du jetzt ein Mann? Du bist jetzt ein Mann, eben, genau. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Und ich habe ein bisschen später noch mehr zugenommen, aber da gab es dann irgendwie ganz viele anderen Faktoren, weil ich dann irgendwie eine Zeit lang sehr depressiv war, weil irgendwie so viel passiert ist im Leben. Und ich habe einfach, wenn ich mich schlecht fühle, ist auch heute noch so, dann esse ich einfach sehr gerne und trinke sehr gerne. Und wenn es dann schwerfällt, vielleicht mal aus dem Bett zu kommen und man sich auch nicht so viel bewegt, dann setzt man eben auch gerne schnell an. Und ich habe auch so einen Körper, der gerne sehr schnell ansetzt. Also ich merke das dann auch schnell, dass ich dann zunehme an manchen Stellen, vor allen Dingen am Bauch zum Beispiel. Und mittlerweile kenne ich aber meinen Körper und habe auch selber nicht mehr solche Probleme damit. Das war ein langer Weg und ich weiß auch nicht, was genau die Auslöser waren, außer, dass ich einfach diesen inneren Druck nicht mehr ertragen konnte. Ja, aber es klingt nach sich gesund, sich gesund abfinden klingt vielleicht, also abfinden ist ja negativ konnotiert, aber sich mit sich anfreunden am Ende, also sich selber nicht mehr bekämpfen, die Haare nicht und all das andere nicht. Du hast gerade gesagt, dass du, dass das Ziel auch immer war, dieses androgyne Wesen zwischen den Geschlechtern zu sein. Definierst du dich denn als Nonminär oder wie definierst du dich? Nein, ich habe viel drüber nachgedacht, auch schon immer wieder, wie ich mich eigentlich fühle. Also in der Vergangenheit, ich hatte viele Phasen, wo ich mir immer unsicher bin, wie ich mich eigentlich am besten fühle oder nicht fühle und mit welcher Definition ich mich am ehesten, am wohlsten fühle. Aber wenn ich so nur in mich reinhöre und vergesse, wie die Welt mit einem umgeht, also man spricht ja auch immer so von extrinsischer und intrinsischer Motivation. Wenn ich wirklich versuche, alles wegzublenden, wie ich merke, wie mich Leute wahrnehmen oder benutzen, würde ich mich auf jeden Fall als Mann definieren und auch die Pronomen er benutzen. Allerdings eben auch ein Mann, der sich nicht an diesen rigigen Männlichkeitsregeln orientiert. Und das war ich schon immer und ich war einfach immer auch schon ein sehr femininer Mann. Und deswegen glaube ich, ich habe irgendwann auch den Gedanken gehabt, ich will den Leuten auch einfach zeigen und beweisen, dass du auch ein Mann sein kannst und aber nicht dieses eine Bild von Männlichkeit vertreten musst. Egal wie viel Make-up ich trage, wie feminin ich bin, was für Klamotten ich trage, ich bin ein Mann, der das macht und that's me. Ich will halt keine Grenzen kennen, was die Geschlechterrollen angeht, auch wenn ich mich als Mann definiere. Das finde ich ein super wichtiges Statement tatsächlich, weil wir ja viel, in der heutigen Zeit viel davon reden, wie wir alle nicht männlich mehr definiert werden wollen oder warum wir uns mit Männlichkeit nicht mehr sympathisch auseinandersetzen wollen, was alles seine Berechtigung hat, weil wir natürlich in einem schlimmen Patriarchat leben und weil toxische Maskulinität ein riesiges Thema ist. Aber Maskulinität für sich positiv zu besetzen und auch feminin zu besetzen, finde ich ein super, super Statement, ein super, ja, das, wie soll ich das sagen? Es macht mich sehr froh und es ist ungewöhnlich, ich höre es nicht oft so. But I'm really happy about it. Für mich ist es halt das, was sich wirklich am natürlichsten anfühlt, wie ich mich einfach fühle. Und dadurch, dass ich eben auch diese Freak-Rolle hatte als Jugendlicher, musste ich schnell lernen, meinen eigenen Regeln zu folgen und nicht das zu tun, was mich beliebt bei den Leuten. Und ich glaube, so war ich halt auch immer schon in dieser Rolle, dass auch was Geschlechterrollen angeht, dass ich mich einfach nicht so darum, also es war mir egal, ob die Leute das jetzt feminin oder maskulin fanden. Das war natürlich nicht einfach, also auch mit meinem Vater und so, das war sehr kompliziert. Aber es war mir einfach egal und deswegen habe ich mir diese, diese vielleicht Naivität, die ich früher hatte, einfach beibehalten, weil ich will einfach mich nicht verbiegen, nur um in irgendeine Schablone zu passen. Nee, das wäre auch falsch. Schön. Wie ist das heute mit deinem Papa? Ist der okay mit dir oder? Mein Papa lebt nicht mehr. Ach, das ist okay. Da stand nicht in dem Bildinterview. Nein, das ist, mein Vater lebt nicht mehr mittlerweile, aber das war sehr kompliziert in meiner Jugend. Wir haben, glaube ich, auch irgendwann so ein bisschen unseren Frieden gefunden. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich über das Verhältnis mit meinem Vater reden würde, das wären wahrscheinlich drei Podcast-Folgen an sich. Das ist zu füllend, aber das war sehr, sehr schwierig, weil mein Vater schon viele Probleme damit hatte, wie ich bin und wer ich bin. Und als er mich das erste Mal mit Mascara gesehen hat oder Kajal, meinte er, das machst du nie wieder, das machen nur Spuchteln. Du darfst deine Freunde nicht mehr sehen, wenn ich dich nochmal so sehe. Und das war ein langer, langer, langer Weg, den wir irgendwie gehen mussten. Und ich glaube, ich habe kurz vor seinem Tod festgestellt, dass er nicht mehr die Person ist, die ich kannte, als ich bei ihm gewohnt habe, als ich noch zu Hause war. Und das hört sich jetzt so weird an, aber als er gestorben ist, habe ich aufgehört, diese Vaterrolle auf ihn zu projizieren, die man ja auch immer in seinen Eltern sehen möchte. Und habe das erste Mal angefangen, über ihn einfach nur als Mensch nachzudenken, was seine Dämonen sind, ohne diese Ansprüche. Ich möchte auch, dass er das und das erfüllt für mich, sondern einfach mal zu verstehen, was hat er eigentlich gemacht, bevor er mein Vater wurde, bevor er einfach nur er war. Und habe dann angefangen, seine Dämonen zu verstehen und woher er herkam. Und ich glaube, das hat mir auch ganz viel gebracht, ihn zu verstehen. Und es ist natürlich sehr schade, dass ich das heute nicht mehr mit ihm teilen kann und dass wir heute vielleicht ein gutes Verhältnis hätten. Aber ich habe mein Frieden gefunden mit ihm. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mir hat das im Verstehen dessen, was bei uns schiefgelaufen ist als Kinder, in Bezug auf meine Eltern, das war der erste große Schritt in Richtung Heilung. Dass ich irgendwann, als ich kapiert habe, die beiden haben das auch zum ersten Mal gemacht. Und die waren auch nur junge Menschen, die plötzlich zwei Kinder hatten und nicht wussten, wie das funktionieren soll. Und mein Anspruch oder unser aller Anspruch an unsere Eltern ist ja das, weil wir damit aufwachsen. Die sind ja ganz lange für uns, sind die der Anfang, das Ende, das Licht am Himmel, der Sonne. Du weißt, was ich meine. Und die sind unfehlbar für uns. Wir gehen davon aus, dass die alles wissen, dass die alles können, dass die nur richtige Entscheidungen treffen. Und wenn die dann Sachen machen, die uns wehtun, die uns verletzen, können wir das gar nicht einordnen. Weil der Gedanke in unseren Köpfen, selbst dann als erwachsener Mann habe ich das gemerkt. Als erwachsener Mensch habe ich das immer noch im Kopf gehabt, dass ich dachte, ja, aber die hätten das doch perfekt machen müssen. Warum waren die nicht perfekt? Bis dann irgendwann das Klick gemacht hat und ich gedacht habe, shit, du hast eine Anspruchshaltung an deine Eltern, nur weil die deine Eltern sind, die überhaupt nichts mit Realität zu tun hat. Sondern eben mit, ja, die sollen gefälligst alles richtig machen. Und wenn sie es nicht tun, dann muss der Fehler irgendwo anders liegen bei mir oder so. Ja, das finde ich einen super wichtigen Punkt, was du gesagt hast. Ja, es ist ja auch das Natürlichste auf der Welt, dass man natürlich diesen Anspruch an seine Eltern hat, Elternfiguren zu sein. Nicht perfekt zu sein, aber Eltern zu sein. Aber trotzdem, wenn man das mal gehen lassen kann und mal sein lassen kann und wirklich mal drüber nachdenkt, wer sind meine Eltern eigentlich, wenn ich sie nicht als eine Elternfigur sehe. Das hat mir auch auf jeden Fall sehr viel geholfen. Scheiße, ich bin so froh, dass du da bist. Wir sind noch lange nicht fertig. Keine Angst, ich muss das zwischendrin mal sagen. Wir jumpen auch vom einen Thema zum nächsten und durch die Jahrzehnte. Yes, yes. Lass uns noch ein bisschen über die Band sprechen. Ihr wart ja dann sehr erfolgreich. Ihr wart dann auch, ihr habt, wie viele Alben habt ihr draus? Zweieinhalb. Also zwei Alben und EP, oder? Nein, nein, also wir hatten tatsächlich zwei Alben in Europa rausgebracht und wir hatten auch noch einen Vertrag mit einem amerikanischen Label. Und das Album war quasi so eine Compilation aus den ersten beiden europäischen Albumen mit Remixen und einer neuen Nummer, die wir dann extra für den amerikanischen Markt gemacht hatten. Deswegen sehe ich das gerne so als halbes Album an, weil es ist nicht wirklich eine Compilation, aber irgendwie schon. Es ist auch keine EP, weil es Full Album Length ist. Deswegen so zweieinhalb. Und ihr habt also Europa mehrfach betourt und dann also den ganzen deutschsprachigen Raum erst, dann weiter und dann das Netz auch nach Russland ein bisschen ausgeworfen. Da wart ihr irrsinnig erfolgreich auch, ne? In Russland waren wir sehr viel unterwegs. Ja, wie war das für euch? Das war noch lange auch, um das mal ein bisschen politischer zu machen, das war noch lange, bevor diese ganzen schrecklichen Propagandagesetze irgendwie online gingen. Und ich meine, ich hatte auch lange tatsächlich einen Boyfriend in Moskau und war deswegen auch privat sehr viel in Russland, gerade in Moskau und auch ein paar Mal in St. Petersburg. Und ich habe damals gar nicht so viel davon mitbekommen, weil wir natürlich als Touristen, als Gäste für unseren Job da waren. Und ich habe eher auch oft das Gefühl gehabt, hey, ich komme irgendwie in Russland sogar ein bisschen besser an bei Männern, weil die nicht dieses Bild von Maskulinität haben, sondern die fanden das also toll, dass ich lange Haare habe und ein bisschen femininer war. Das hatte ich so noch nicht davor erlebt, dass Leute das auch feiern. Nicht, dass man dann so gesehen wird, als jemand steht mal da drauf oder findet das attraktiv, sondern das war einfach auch ein attraktiverer Punkt für viele. Und ich war auch in ... Genau, genau, genau. Und deswegen, ich war auch schon in Gay-Clubs in Moskau und ich habe das nicht so viel mitbekommen. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, ganz anders als in Europa. Also damals auch schon gewesen, weil man bemerkt hat, man durfte jetzt nicht unbedingt hier händchenhaltend rumlaufen. Und es gab auch Situationen zum Beispiel mit meinem Ex-Freund, wo Leute auf Russisch irgendwie was gesagt haben und uns irgendwie so indirekt angedroht haben, aber nur so im Vorbeigehen, so was wie, die würde ich gerne mal zusammenschlagen und die wussten nicht, dass mein Ex natürlich Russisch spricht. Und also solche Sachen sind da auch schon passiert, die ich aber nicht so direkt mitbekommen habe, weil sobald man wirklich auch jemanden bei sich hat, der Russe ist oder Russisch ist, dann haben die irgendwie nicht so viel gesagt, weil sie vor dem irgendwie Respekt hatten scheinbar. Ja, aber ich war tatsächlich sehr gerne in Russland damals. Ich habe mich schon auch ein bisschen in Moskau verliebt. Ich fand, das war eine geile Stadt. Man sagt ja immer, New York ist die Stadt, die niemals schläft. Aber wenn du dann nachts um zwei auf dem Times Square bist, denkst du so, alles tot. Naja, aber New York hat sich auch sehr verändert. Ja, ich meine, ich war schon sehr lange nicht mehr in New York, bestimmt zehn Jahre nicht mehr. Und in Moskau kommst du halt morgens um sechs, sieben aus dem Club und kannst in ein superschickes Restaurant gehen und was essen, noch schnell Blumen kaufen um die Ecke, weil so viele Sachen 24-7 aufhaben. Moskau schläft wirklich nie. Und ich hatte sehr viele schöne Erinnerungen an die Stadt und war dann natürlich auch sehr geschockt, als das dann immer weiterging. Und ich wusste schon, es ist dort tendenziell schwieriger, offen queer zu sein. Aber als es dann alles so politisch wurde und manche Politiker das eben ausgenutzt haben, um ihre Macht weiterzuhalten, war ich schon sehr geschockt. Und ich war jetzt auch sehr lange nicht mehr da und weiß nicht mehr, wie sich das heute anfühlt, da zu sein. War ich das letzte Mal in Moskau? Ich möchte sagen 2009, 10, irgendwie sowas. Da hatten wir, also wir haben das schon, wir haben schon viele Storys da gehört, wir sind da auch in einem Club aufgetreten und also die Leute da haben uns schon auch erzählt, ja, also wir haben schon Storys auch gehört von Dragwins, die dann irgendwie mit dem Taxi fahren und werden halt irgendwo ausgesetzt und so stehen gelassen, irgendwo in der Pampa und das ist gefährlich oder dass, wenn man sich im Taxi küsst, dass man rausgeschmissen wird und so. Und dass man beschimpft wird und so. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch gehört und ein bisschen erlebt. Aber wir hatten jetzt auch überhaupt nicht das Gefühl, dass das für uns schwierig war. Also wir haben es als wahnsinnig gastfreundlich wahrgenommen. Es war so ein bisschen lustig. Wir hatten so eine Reisegruppe, so eine Gruppe, die sich um uns gekümmert hat quasi, die uns da rumgeführt hat zwei Tage lang und uns immer eingeladen hat und so in irgendwelche Restaurants. Und da waren so ein paar Mädels dabei. In dem Moment, wo die mitbekommen haben, dass wir schwul sind, haben die uns mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Also sie waren sofort uninteressant so. Und das war aber auch irgendwie okay. Und dann saßen sie halt im Restaurant, haben nichts gegessen. Einer hatte wirklich so einen Salat ohne Soße und hat so an den Blättern so rumgezupft. Crazy. Irrsinnig schöne Frauen so. Also alle sehr, sehr dünn, sehr blond, sehr hohe High heels, sehr, sehr teure Mode. Wahrscheinlich auch ein bisschen stillos. Nee, fand ich gar nicht. Also die, die ich gesehen habe, fand ich doll. Ich muss das nur erklären, weil ich habe immer ganz gerne den Witz gemacht, immer wenn wir in Moskau am Flughafen ankamen, man hat halt immer gesehen, wer das meiste Geld hat. Weil das Geld natürlich auch anders als in Deutschland in Russland sehr gerne nach außen getragen wird. Da unterscheiden sich so die Mentalitäten sehr gerne. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich am Flughafen war, man kann alles kaufen, aber kein Stil. Weil das halt immer so bling, bling, trash, trash. Hauptsache, ich meine, deswegen ist Philipp Lein auch so groß in Russland. I love you. So true. So true. Nee, das voll. Also ja, ich kenne auch, ich kenne die Kategorie Russe, die so ist. Ein Freund von mir hatte einen Shop in Russland und hat gesagt, die haben lange sich gewundert, warum bei ihnen keiner kauft. Bis sie gemerkt haben, sie müssen die Sachen einfach drei Mal so teuer machen, weil erst dann werden sie gekauft tatsächlich. Ja, vollkommen. Man kauft es nicht, wenn es zu günstig ist. Also ab, wenn es Luxussegment sein muss, muss es halt richtig teuer sein. Weil wenn man das Geld hat, dann muss man es auch ausgeben auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber ich habe genau diese Erfahrung auch gemacht. Das ist auch ein super, super gastfreundliches Land. Ich habe so viele tolle Erinnerungen daran. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so schade, dass die Menschen, die dort anders gerne leben würden, dass sie es nicht können. Weil es einfach, selbst die Leute, die nicht homophob sind, die sind halt, die setzen sich nicht dafür ein, dass niemand mehr homophob ist. Sondern die Leute, die nicht homophob sind, haben oft den Gedanken, ja, ihr könnt schon gerne Händchen halten, aber halt nur zu Hause. Es ist doch okay. Aber zeigt es nicht öffentlich. Weil das ist, deswegen ändert sich halt auch nichts, weil das ist dann die nicht homophobe Seite. Ja, und ich meine, es ist wie überall Russland, also Moskau ist halt nicht Russland, genauso wie Berlin nicht Restdeutschland ist oder New York nicht Arkansas. Also es ist halt klar, die Leute, die so eine Wahl auch ausmachen und die Bewegungen im Lande, wenn die rückläufig sind oder wenn die halt intolerant sind, die sind halt meistens nicht in den Hauptstädten, sondern eben viel auf dem Land. Und man darf nicht vergessen, Russland ist halt riesig. Genau, es ist so ein riesiges Land. Und teilweise gibt es da Städte, von denen du noch nie gehört hast. Da fährst du dann hin und da wohnen dann plötzlich so zwei Millionen Menschen. Es fühlt sich an wie ein Dorf. Der Hauptbahnhof sieht aus wie eine Bushaltestelle, obwohl zwei Millionen Menschen dort wohnen. True Story, ich rede wirklich über Städte, in denen ich war. Und das ist halt so ländlich, aber zwei Millionen Menschen und solche Städte gibt es halt öfters, weil eine kleine Stadt hat da halt schnell auch mal eine halbe Million bis Millionen Einwohner, weil das einfach so ein riesiges Land ist. Right. Ja. Na ja und gut, ja. Da habt ihr viel, ihr wart da viel unterwegs. Wir haben da sehr viel, wir haben viele Konzerte gespielt. Wir haben unter anderem auch eine goldene Schallplatte in Russland bekommen. Und ja, das war für uns so der erste Schritt, international zu werden, weil die Russen fanden uns ziemlich schnell, ziemlich geil und haben dann gesagt, hey, wir wollen euch auch gerne hier rausbringen. Und tatsächlich schicken wir manchmal auch noch Leute Clips, wie wir tatsächlich auch immer noch auf Rotation sind, auf irgendwelchen Musikchannels oder im Radio. Auch, es gibt dann so lustige Anekdoten, weil zum Beispiel auch in der Ukraine war ich dann irgendwann in einem Schulbuch als Beispiel. für Emo- und Visual-Case-Szene und ein uraltes Bild von mir verwendet. Und deswegen waren wir sehr, sehr viel in Russland auch auf Tour, unterwegs, viel im Fernsehen. Ja. Konchi hat ja auch noch eine riesen Fangemeinde in Russland. Also wir haben jedes Mal, wenn wir ein Video zusammen machen oder so irgendwas, was wir zusammen machen, im Internet steht, ein Drittel der Kommentare ist in Kirillisch. Kann ich nicht lesen, wo ich dann denke, okay, cool. Weil das, was wir oft irgendwie als over-the-top-queer-entertainment verstehen, so ein bisschen campy, ist dort ganz normal einfach Fernseh-Entertainment, ohne queer zu sein. Deswegen wird das von den Leuten auch oft nicht als schwul oder queer wahrgenommen, weil die einfach auch viel so ein Gefühl haben, für das ist gutes Entertainment, wenn es bling-bling ist und wenn es big ist. Well, that's a lot. Deswegen glaube ich, das ist schon so eine Erklärung, warum man dann dort eben oft auch eine große Fanbase aufbauen kann, obwohl man denken würde, hey, eigentlich passt das doch nicht so zu dem Bild, was wir politisch oft haben. Wie ist es denn in Japan? Habt ihr es in Japan versucht? Nee, nee. Nein, tatsächlich nie. Das finde ich nämlich so spannend, weil gerade so Pete Burns oder so, also Leute, die auch so visually einfach different waren und androgyn waren, die waren ja Megastars. Also Pete Burns war ein Megastar. Dead or Alive waren irrsinnig erfolgreich in Japan. Unser amerikanisches Label meinte damals immer, um den japanischen Markt zu knacken, müsst ihr zuerst in Amerika erfolgreich sein. Er meinte immer, wenn ihr hier in Amerika eine große Nummer landet, dann wird Japan sofort kommen. Aber er meinte, sonst hätte er keinen Weg gesehen, um uns dort quasi so zu vermarkten. Und ich weiß noch, unser Tourmanager hat immer so mit einem Augenzwinkern den Witz gemacht. Wahrscheinlich wäre das so, als wenn wir plötzlich eine japanische Band in Lederhosen hätten, die irgendwie Schuhplatteln. Ja, ja. So. Ja, ja, das kann ich verstehen. Ihr seid dann ja unter anderem auch mit Lady Gaga getourt. 2009, glaube ich. Ich glaube, das war 2009. Ja. How is that? Das war eine sehr krasse Erfahrung, weil wir ja immer noch extrem jung waren damals. Und also es kam dazu, weil wir Lady Gaga getroffen hatten. Wir waren beim gleichen Label, Charity Records, in den Staaten gesigned. und unser A&R, der wollte immer gerne, dass wir mal irgendwie so connecten. Erklär kurz, was A&R ist. A&R steht für, steht für, da kommt so ein S drauf auf mir, steht für Artist and Repertoire und ist quasi sowas wie ein Talent-Scout, Talent-Manager, der für dich zuständig ist beim Label. Und der hat immer so ein paar Parallelen zwischen Gaga und uns gesehen. Allein schon, ich meine, Gaga, bizarre, so der Name. Wir waren ein bisschen over the top, ein bisschen Camp. und der wollte uns immer gerne connecten und das hat aber nie geklappt. Und dann war sie irgendwann in Deutschland, vor Act von den Pussycats. Ich weiß auch noch, dass du da warst, weil du hast auf Facebook geschrieben, vergesst die Stripper aus Vegas, Gaga ist das Shit. Irgendwie sowas hattest du auf Facebook geschrieben damals. Erinnerst du dich? Jetzt. Weil ich hatte genau den gleichen Gedanken, weil es dann plötzlich die Pussycats da waren, war ich so, nee, ich kann jetzt wieder gehen, weil Gaga einfach ohne ein großes Setup diese Bühne so gerockt hat. Die war damals so gut. Ja, und das war in der Max-Schmeling-Halle damals. Und wir waren beim Konzert und durften sie eben danach kurz mal sehen, weil ich einfach mal Hallo sagen wollte. Und deswegen sind wir dann Backstage gegangen und haben mit ihr so kurz gequatscht. Ich dachte, sie sagt kurz Hallo, aber wir waren halt wirklich 20 Minuten da, haben so ein bisschen mit ihr gequatscht. Wie war sie da? Sie war überarbeitet. Sie war müde. Also die Augen waren müde, aber sie war so unglaublich nett und sie hat sich Zeit genommen und sie war herzlich. Also nicht wie ich. Doch, das bist du auch alles, aber der erste Eindruck war nur anders. Das ist ein großer Unterschied. Ich kenne das ja auch, wenn Leute dann mal sagen, ich dachte immer, du bist arrogant, aber du bist eigentlich voll nett und ich so, ja, whatever. Ich habe sie einmal ja kurz getroffen, als sie damals im Lab ihre Aftershow-Party hatte nach einem Monsterball, war das glaube ich. Ja, war ich sehr neidisch, da wäre ich auch gerne dabei gewesen, dass da alles sehr geil ist auf den Bildern. Also es gab ja diese, es gab ja, oh Gott, also die Skandal-Schlagzeilen nach dieser Party da drin waren ja, also weil da diese zwei Jungs mit den braunen Gesichtern rumgelaufen sind, braun angemalt und man das aus heutiger Sicht natürlich als Blackface liest, die wollten Gaga aber erinnern, dass sie in einem Fetisch-Club feiert, wo die Leute sich ankacken lassen. Deswegen waren die braun angemalt. Das ist so Berlin. Dann haben sie aber daraus dann eine Schlagzeile gebastelt, also auch eine Lügengeschichte gebastelt, die dann im Internet verbreitet worden ist. Gaga hätte da einen Sklavenmarkt veranstaltet und Gloria haben sie dann auch noch braun angemalt und so und also künstlich im Photoshop braun angemalt und haben dann behauptet, Gloria wäre irgendwie auch eine Drag-Queen, die Blackface macht. Also unfassbare Sachen, die sie da rausgezimmert haben aus dieser Nacht, ja. Aber da habe ich sie halt kennengelernt kurz und habe mich kurz mit ihr unterhalten und da war sie halt, also klar, she was very American und sie war halt auch, das war direkt nach der Arbeit und sie saß da rum und war halt, ich bin halt irgendwie so, oh mein Gott, amazing show and thank you, you're so beautiful. No, you are so beautiful, thank you very much. Ja. So, also das war halt das, ne. Ich habe jetzt aber auch nicht den Mut gehabt, mich da dazuzusetzen. Gloria war gleich so, die hat sich dazugesetzt mit Brad und war so, ey alter, trink. Und dann haben die sich halt 20 Minuten gut unterhalten und ich war halt irgendwie wieder so, nein, ich will nett sein. Ja, blöd. So, aber mit euch war die netter. Die war auf jeden Fall super nett und zwei Wochen später bin ich aufgewacht, ich glaube, wir waren feiern am Sonntag, wahrscheinlich im GMF und dann irgendwann, ich war noch so ein bisschen Hangover, kriege ich einen Anruf von meinem Manager, der dann irgendwie meinte, hey, sitzt du gerade, setz dich mal hin und ich so, ja, was ist denn los? Ich bin noch ein bisschen müde. Ja, ich liege noch. Du, die Gaga, die will euch als Vorband. Und ich so, was? Und ich war halt so, das kam plötzlich so aus dem Nichts, zwei Wochen nach diesem kurzen, ich nenne es mal Meet & Greet und tatsächlich hat mir dann das amerikanische Label erzählt, dass sie, nachdem sie uns getroffen hatte, war sie im Tourbus und hat uns gegoogelt und hat alle unsere Musikvideos angeguckt und also dieses Very American ging dann noch ein bisschen weiter, ihr Interesse an uns war wirklich echt und danach hat sie eben gesagt, I love these boys, we don't have something like that in America, I want to bring them on tour with me. Und das war halt auch so, glaube ich, drei Wochen vor Tourstart bei ihr. Wow. Und das war die erste Tour, die sie hatte, das war noch das erste Album, das war The Fame Ball, das waren alles noch Clubs, die so teilweise 1000 bis 1500 Leute hatten und dann fand unser Label das natürlich auch voll geil und wir so, wir müssen jetzt alles in Gang und Bewegung setzen, damit wir das irgendwie umsetzen können, das ist voll geil, wir haben eh ein amerikanisches Release, das ist voll die gute Promo und dann haben wir alles in Gang gesetzt, damit wir tatsächlich auch auf Tour gehen konnten und das ist so plötzlich passiert und war für uns im ersten Moment so unglaublich und obwohl es ja noch ganz am Anfang von ihrer Karriere war, war ich auch schon ein riesen Fan von ihr, weil einfach diese Anfangsphase von Gaga ist halt einfach so, Alter, du kannst das nicht vergleichen mit irgendwas anderes, dieser Impact und wie sie wie so ein Meteorit auf Popkultur gestoßen ist und für die nächsten zehn Jahre alles verändert hatte, sowohl vom Sound als auch von den Looks, das war einfach so eine krasse Phase, so 2008 bis 2010, deswegen sah sie auch immer so müde aus, glaube ich, weil sie einfach so viel gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob die jemals geschlafen hat und deswegen, wir sind dann auf Tour mit ihr gegangen und wir haben sie natürlich noch öfters gesehen und sie war immer super nice, sie war immer super nett, wir waren mit ihr auch teilweise dann bei so Aftershows, wo sie dann mit ihrer riesigen Sonnenbrille saß, also wir hatten auch so kleine Anekdoten, wie mein Bassist, der gestolpert ist und zwischen ihren Brüsten gelandet ist und sie so, don't worry, have a vodka shot und wir waren so, wir sind noch nicht 21, also haben ihn trotzdem getrunken natürlich und auch, es gab dann immer wieder so Storys, dass wir irgendwie ankamen und Soundcheck machen mussten und dann konnten wir nicht, weil jemand meinte, you cannot do the soundcheck right now, Gaga is sleeping at the moment, also sie schläft auch, aber sie war super herzlich die ganze Zeit über und meinte auch am Ende der Tour tatsächlich zu uns, sie hätte uns gerne öfters gesehen, wir hätten gerne mal öfters Hallo sagen können, aber wir so, also als ob wir uns das getraut hätten, das war natürlich auch eine ganz andere Welt, weil auch auf den Partys, wo wir dann im Anschluss waren oder auch bei ihr im Backstage, war dann halt irgendwie so Kanye West, der immer Hallo gesagt hat oder damals noch Paris Hilton und Paris Hilton auf der gleichen Party in L.A. Also das waren halt natürlich auch ganz andere Leute, die da waren und wir waren natürlich auch super starstruck und das erste Mal in Amerika, so viele Eindrücke und das waren sehr, sehr wilde drei, vier Wochen auf Tour und das war aber auch eine sehr geile Erfahrung, es hat super viel Spaß gemacht so. Und ich habe gelesen, dass du Madonna kennengelernt hast kurz. Ja, wo hast du das denn gelesen? Somewhere. Don't ask me, ich habe vorhin echt einfach einmal das Internet quer gelesen. Ich wusste nicht, dass das irgendwo online ist, weil das tatsächlich eine private Aftershow von ihr im Soho-Haus war, auf der wir ganz zufällig gelandet sind und auch gar nicht wussten, dass Madonna da sein würde. Wir waren im, das ist nämlich so der Gay-Talk, das sind immer alle so, tell us more about it, you met Madonna. Das war so die Tage danach. Was she horrible? Nein, war sie tatsächlich nicht. Also es war eine sehr absurde Geschichte. Wir waren beim Konzert, das war damals die Rebel Heart Tour. War das das, wo sie im Soho-Haus den ganzen Flur gemietet hatte, Kim Cattrall nicht rein durfte? Wirklich? Ja, Kim Cattrall kein Zimmer bekommen. Wegen Madonna. Die Geschichte kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber das war diese Tour damals, sie hatte das gesamte Soho-Haus gemietet. Und wir waren oben auf dem Dach damals beim Pool mit der Agentur, mit der wir auf dem Konzert waren. Und wir waren eine kleine Gruppe, so Bonnie war dabei, Bonnie Strange ist eine Freundin von mir. Und wir waren tatsächlich eingeladen von, ich habe ihn vorhin geschadet, von Philipp Leyen. Philipp Leyen war dabei so, tut mir leid for the shade. Danke. Und die Agentur. But your clothes are still ugly. Ich habe eine Lederjacke von ihm getragen, die mir 4000 Euro gekostet hat. Und ich fand die ganz geil. That shit is expensive. Ich fand die aber schon ganz geil. Ich habe für den mal aufgelegt, bei der Vogue Fashion, in seinem Store. Und ich meine, da standen Schuhe, die ich mega hot fand. Aber die Schuhe haben halt irgendwie 3,8 gekostet. Da sind auch eigentlich immer wieder geile Pieces dabei. Und ich finde es auch geil, dass er so ein erfolgreicher deutscher Designer ist. Aber so the whole picture ist. Ja, über die Person muss man glaube ich auch nicht reden. Auf jeden Fall, to cut a long story short, Bonnie war befreundet mit dem Visagisten von Madonna. Und er meinte nur, hey, ich will mal kurz Hallo sagen. Er kam hoch. Aaron heißt er. Und dann meinte er, er wollte nicht kurz runterkommen. Und wir so, ja klar, warum nicht? Und dann sind wir einfach runtergegangen. Und zuerst wollten die uns wegschicken. Und er so, no, no, die sind bei mir. Und dann waren wir einfach so cool. Es geht eine Party. Irgendwann habe ich gesehen, da ist Rocco, der Sohn von Madonna. Ich so, Moment mal, das ist der Sohn von Madonna. Und dann ist mir aufgefallen, das sind die Tänzer von der Bühne. Und dann weinte ich irgendwann zu Ricardo, der auch dabei war. Sag mal, meinst du, Madonna kommt auch noch? Und er so, nein, never. Und dann standen wir so da und haben ein bisschen getanzt. Und ich unterhalte mich mit Ricardo. Mein Kopf war so zur Tür. Er stand mit dem Rücken zur Tür bei den Fahrstühlen. Stühlen? Fahrstühlen? Fahrstuhle? Manchmal ist mein Hirn komisch. Auf jeden Fall läuft dann so eine kleine, zierliche Person mit so einem Bordeaux-farbenen Hut uns entgegen. Und ich meinte zu Ricardo, Ricardo, Madonna ist gerade reingekommen. Und er so, never. Und ich so, doch. Und dann läuft sie an uns vorbei und er guckt sie an. Und ich so, hast du sie gesehen? Diese kleine, zierliche Frau? Das ist Madonna. Und er so, oh mein Gott, das ist wirklich Madonna. Und ich konnte erst nicht glauben, dass sie wirklich da ist, weil ich habe schon so viele Leute getroffen auf Partys, kurz mal Hallo gesagt oder auch Leute, an die einem vorbeigelaufen sind, whatever. Und ich bin nicht oft sehr starstruck. Aber als Madonna reinkam, ich hätte nie gedacht, dass ich Madonna überhaupt mal begegnen würde, war ich plötzlich richtig sprachlos. Und wir haben nichts getan. Wir haben einfach dann getanzt und waren immer so ein bisschen in ihrer Nähe. Sie könnte uns ja sehen und waren immer so, oh mein Gott, ob sie uns gleich rausschmeißt, weil ich habe mich auch so ein bisschen, wir sind so die Eindringlinge in ihrer privaten Party, deswegen wollte ich auch nicht irgendwie was machen. Und es war einfach nur nice, dort zu sein. Das war schon die Geschichte gegen Ende. Kurz bevor wir gegangen sind, meinten wir aber auch noch so, wir müssen jetzt wenigstens Tschüss sagen. Und ja, dann habe ich ihr die Hand geschüttelt. Und die war kalt. Aber sie sah groß, ich fand in real life, sie sah echt gut aus. Sie sieht jetzt wieder toll aus. Also eine Zeit lang war das ja ohne Age-Shaming hier, aber eine Zeit lang sah sie einfach ein bisschen zweifelhaft aus, was die Entscheidungen angeht, die sie mit ihrem Gesicht getroffen hat. Und jetzt momentan, also was auch immer sie getan hat, I'm here for it, weil also wenn man ihrem Instagram folgt und auch, es sind ja nicht nur Fotos, die bearbeitet werden können, sondern halt auch Videos, die nicht gefiltert sind. Something happened und sie looks amazing. Aber ich finde auch immer noch, ich bin so happy that she's still around, she's still kicking ass. Sie ist immer noch das, was sie immer mal war, so ein bisschen weird, ein bisschen border-breaking, aber irgendwie so, sie ist halt so unapologetic. Das ist einfach das Wort, was sie, glaube ich, am besten beschreibt. Und sie ist immer noch so, wie sie ist. Und ich liebe es, dass sie immer noch arbeitet und Sachen macht. Und mir ist das auch egal, ob die Leute dann anfangen, ob sie Hits hat oder ob sie relevant ist oder dieses oder jenes. Und dann bin ich immer so, it's fucking Madonna. She will always be relevant. Und selbst wenn sie nie wieder was machen würde, alles, was sie gemacht hat, du hast erst vor kurzem, glaube ich, in deiner Story auch gepostet, dass viele Leute, die sehr jung sind, das vielleicht nicht mehr verstehen. Aber ich meine, ich bin ja auch noch mal eine andere Generation mit den zehn Jahren Unterschied wie du. Und ich meine, ich bin auch eher groß geworden dann mit einer, hier, wie hieß das Album, Hard Candy Madonna. Aber trotzdem, ich habe mich immer für Popkultur interessiert. Und da geht es auch immer um die Vergangenheit. Ich bin halt super interessiert daran, wer hat wen inspiriert, welches Movement war da, wo kam diese Person hervor. Und da kommt man natürlich auch nicht um Madonna herum. Und so oder so, Madonna ist halt always the number one for me. Scherzi, Madonna hat in Jahren, also ich bin heute kein großer Fan mehr von ihr, weil ich ihre Musik nicht mehr schön finde. Ich finde es einfach blöd, was sie musikalisch macht. But that's a taste thing. Aber ja, man kann nicht von der Hand weisen, dass die Alte zu Zeiten uns als queer people in den Vordergrund gestellt hat und immer wieder sich auf unsere Seite gestellt hat. in Zeiten, wo das sehr unpopulär war, also auch zur Aids-Krise, wo wir so viel, wo so viel Ekel und Scham über uns ausgekippt worden ist und so viel, um Gottes willen, die sind schmutzig, die sind dafür verantwortlich, dass so viele Leute sterben, weil sie diese furchtbar schmutzigen Dinge tun und so. Und da hat sie sich uns zur Seite gestellt. Das hätte sie nicht tun müssen. Das hat sonst kaum jemand getan. Und das war damals wirklich risky, das zu tun. Heute ist es ja auch Und she didn't give a fuck. Heute ist es oft ein PR-Move, das natürlich auch die Labels. Also ich meine, ich sehe so viele Popstars. Gay-Baiting is the real thing. Ja, dieses Queer-Baiting und plötzlich ist jeder bisexuell, aber heiratet nur Frauen. Da muss ich aber auch nochmal sagen, nicht, dass ich hier irgendwie so die Bi-Bi-Eraser irgendwie supporten will, aber ich glaube trotzdem, dass es viele Popstars gibt, die das eben als PR-Mechanismus auch benutzen, weil sie wissen, if we have the gays, they will always be here for us. Ja, ja, ja. Das ist auch Gaga, the most loyal fans you can have. And it's true. Ja, auf jeden Fall. Aber Madonna hat das gemacht in einer Zeit, wo das kein PR-Move war, wo es wirklich risky war, das zu tun, wo sie wirklich hätte viel verlieren können, weil einfach die Gesellschaft noch so viel konservativer war. Und ich meine, ich war nicht dabei, aber ich habe alles gelesen. Ich habe jede Dokumentation gesehen, jedes YouTube-Video und ich war einfach so beeindruckt und so dankbar. Hast du das Christopher Ciccone-Buch gelesen? Nein. Das ist tatsächlich nicht, das wollte ich nicht lesen. Live with my sister Madonna, ich habe es hier. Da beschreibt er eine Szene und ich glaube ihm die auch, dass dann, als sie mit Guy Ritchie verheiratet war und sie saßen am Esstisch, Guy Ritchie halt, der ist ja so ein Proll-Typ, dass der dann so ein paar homophobe Witze rausgehauen hat und sie halt dann irgendwie drüber gelacht hat und Christopher dann irgendwie aufgestanden ist, beleidigt war, bla. Und I believe that story. Ich glaube schon, dass sie auch für ihre Männer dann auch bereit ist, ihre Agenda mal zurückzuschalten. Aber damals, ja, ich glaube, es war echt, ich glaube auch, ich glaube ihr Engagement tatsächlich, ich glaube ihr, manche Betroffenheit nicht so richtig, aber ich glaube ihr, dass das, was sie für uns getan hat, sie hätte es nicht tun müssen und sie war die Erste, die es getan hat und sie hat uns allen, wir haben ja alle wahnsinnig viel zu verdanken. Punkt. Jetzt haben wir sehr lange über Madonna geredet. Ja, ich bin auch sehr verpasst. Und wir haben noch so viele Dinge, die wir besprechen. Schneidest du das eigentlich zusammen? Schatzi, honestly, also normalerweise, ich schneide wenig mittlerweile, aber wir sind, ich hatte bis jetzt keine einzige langweilige Sekunde in diesem Podcast, also werde ich wahrscheinlich gar nichts schneiden. Du kannst mir auch gerne sagen, ob ich mich kurz fassen soll. Nein, ich will wirklich alles hören, was du zu sagen hast und ich finde es toll und es wird dann einfach eine längere Folge, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Ja, ich habe Zeit mitgebracht. Sehr schön. So, hi. Hi. Dann wart ihr on Tour mit Lady Gaga. Wir wollen jetzt kurz die Bandgeschichte mal hinter uns bringen. Und dann ist das 2010 bei euch auseinandergegangen, im Januar. Und wenn man den Bildartikeln und anderen glauben darf, dann war das zu dieser Zeit, war die alle miteinander zerstritten, weil du mehr Arbeit geleistet hast und dich um Songs gekümmert hast und dann ging es, glaube ich, auch darum, wer wie viel Geld nach Hause trägt, während die anderen gefeiert haben. Ist das so runtergebrochen korrekt? Da steckt ein bisschen Wahrheit drin, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das der Grund war, weswegen es auseinandergegangen ist, sondern eigentlich war der Hauptgrund, dass wir drei, vier Jahre ohne Pause gearbeitet haben. Wir sind die ganze Zeit aufeinander gesessen. Es gab nie Urlaub. Also, wenn man mal irgendwie für Weihnachten eine Woche nach Hause gefahren ist, war das dann halt so die Art von Urlaub. Aber wir haben halt ständig gearbeitet und wenn wir nicht irgendwie auf Tour waren, haben wir geprobt und es ging halt immer so vom einen Ding zum nächsten und dann ist da was passiert und da was passiert und ich glaube einfach, dass es so dieser Lagerkoller war nach einer Weile und dass das auch dafür gesorgt hat, dass wir uns so ein bisschen auf den Keks gegangen sind. Das ist ja auch so eine ganz klassische Bandgeschichte, die du bei vielen Bands hast, dass man irgendwann, wenn man so viel aufeinandersetzt, sich einfach nicht mehr ertragen kann, selbst wenn man sich liebt, selbst wenn man total gut befreundet ist. Das kann immer gefährlich sein und ich glaube, dieser Mix aus keine Pause, ständig aufeinandersetzen und so Kleinigkeiten werden plötzlich zu großen Problemen, die sie eigentlich nicht sein sollten, weil du einfach auch keinen klaren Kopf mehr hast und deswegen war mir dann schon auch relativ schnell klar, dass wir eigentlich eine Pause brauchen, nur einfach auch für unsere Mental Health, weil ich das Gefühl hatte, wir fahren sonst irgendwie alle an die Wand und auch das Ding gegen die Wand, weil im Kern der Band war immer unsere Freundschaft, gerade vom Bassisten, Gitarristen und mir, weil wir uns eben auch am längsten kannten und das war aber irgendwann eben auch schwierig, weil dann durch diese ganzen Streits kamen dann auch teilweise Argumente, die eben nicht so cool waren, wie du verdienst mehr, du machst das, du, da ist dieser, du hast das gesagt, du hast mit dem das getan, whatever. Das waren einfach so Kleinigkeiten, die plötzlich so super wichtig waren und es war einfach der Lagerkoller, der uns irgendwann dazu gebracht hat, dass wir eine Pause machen mussten und wir haben das auch damals als Pause formuliert, weil ich auch das Gefühl hatte, wir müssen eine Pause machen, egal was ist, wir hatten schon Gespräche mit unserem Management, wie wir unser nächstes Album gestalten wollen, in welche Richtung wir gehen wollen, also wir hatten eigentlich schon wieder die nächsten Pläne, wollten auch gerne das erste Mal in Südamerika auf Tour gehen und ich habe damals aber auch gesagt, wir müssen einfach eine Pause machen, wir müssen jetzt erstmal gucken, ein Jahr oder so, egal, auch wenn das karriere-technisch nicht das Klügste ist, müssen wir echt mal einen Schritt zurück gehen und es ist ja auch immer mit Labels dann auch so eine Diskussion, wie geht es weiter, wir hätten bestimmt auch wieder ein bisschen so super viel diskutieren müssen und was macht Universal jetzt noch überhaupt mit und was auch immer und das wäre halt auch viel mentale, emotionale Energie auch gewesen, die man hätte aufbringen müssen und deswegen sollte es erst eine Pause sein und das ist dann eben auch bei einer Pause geblieben. Und weil einer gestorben ist auch, ne? Das war tatsächlich aber erst letztes Jahr. Ach so, ich habe gedacht, das war der Grund, warum wir nicht weitergemacht haben. Nein, nein. Oh shit, okay, sorry. Also es gab auch, wie bei jeder Band, auch intern immer wieder viel Drama, manches war total irrelevant, manches war ein bisschen größer, aber es ist halt so, wenn einfach fünf Personen ständig aufeinandersitzen, ist es ja klar, das ist auch mal so und der eine hatte die Band eben auch schon vorzeitig damals verlassen und wir waren jetzt auch, seit er die Band damals verlassen hat, hatten wir gar keinen Kontakt mehr zueinander und deswegen will ich eigentlich auch nicht viel über ihn reden, weil it's not my place. Nee, dann nehmen wir das ganz raus. Und, nee, nein, aber er ist tatsächlich, ich meine, das steht ja auch online und man sieht das überall und er ist letztes Jahr tatsächlich leider verstorben. Ja. Okay. Dann Beileid an dieser Stelle. Okay, dann habt ihr euch getrennt und du bist dann, also erst mal Pause quasi eingeläutet und du hast dann gesagt, du ziehst dich erst mal zurück, du machst jetzt erst mal eine Pause für dich und guckst erst mal, wie sich Leben jetzt so anfühlt. Ich habe tatsächlich mein Abi nachgeholt. Oh, wow. Ja, ich wollte auch nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun, sondern das Abitur hat mir irgendwie so emotional immer was bedeutet, weil ich der Erste in meiner Familie gewesen wäre, der ein Abitur macht und ich habe ja damals für die Band die Schule abgebrochen und bin nach Berlin gezogen und als ich dann gesagt habe, wir brauchen eine Pause, wusste ich aber auch nicht, was mache ich jetzt als nächstes und ich hatte zwar auch schon Gespräche so mit Leuten, die hey, komm, wir machen das und das mit dir und ich wollte aber jetzt auch nicht so von rotem Teppich zu rotem Teppich springen und irgendwie diesen Weg wollte ich nicht gehen, auch wenn mir das viele irgendwie so empfohlen hatten, wir können das und das machen und ich so, nee, that's not what I want. Ich brauche Zeit für mich, ich muss mich entdecken, wer bin ich, in welche Richtung will ich überhaupt gehen, auch menschlich und deswegen habe ich mich dann angemeldet, um an so einer Tagesschule mein Abitur hier in Berlin nachzuholen und ich dachte auch am Anfang, ach, bestimmt breche ich das wieder schnell ab, ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht, aber irgendwie, es hat mir gut getan und ich habe das gerne gemacht und nebenbei habe ich damals aber auch schon eben angefangen, an meiner ersten Solo-EP zu arbeiten, die auch damals dann rausgekommen ist in dem Zeitrahmen. Ich war damals auch wieder viel in Russland zum Beispiel, weil ich dort immer wieder DJ-Sets gegeben habe, wo ich eben auch ein bisschen Geld verdienen konnte. Die zahlen ja sicher gut für sowas, ne? Ja. Und ich habe mein Abi nachgeholt in der Zeit und ja, das war sehr, sehr wichtig für mich und ich bereue es auch überhaupt nicht, auch wenn man gesagt hätte, hey, du kannst jetzt das und das karrieretechnisch vielleicht machen und dann die und die Rechnung. Ich wollte nicht irgendwie von Red Carpet zu Red Carpet springen und irgendwie versuchen, irgendwie, keine Ahnung, relevant zu bleiben und ich war noch nie derjenige, der einfach überall sein Gesicht in die Kamera hält, nur für Aufmerksamkeit. Das, das weiß ich, das würde mich niemals glücklich machen. Es ist gerade lustig, die Katze hat sich gerade vergewaltigt. Dickie. Sie ist aber sehr süß, auch wenn sie Dickie heißt. Ja. Und deswegen habe ich mein Abi nachgeholt, um das auf den Punkt zu bringen und parallel aber auch angefangen, selber Musik zu machen. Ja. Für mich ohne Label, mit neuen Leuten, ohne Band. und hast 2013 eine EP rausgebracht, die sehr schön ist, ich habe die heute durchgehört. Danke. Und 2015 dann, ist das ein Album oder noch ein Album? Das ist ein Album, ja. Illusion. Illusion. Ja, Illusion. Singular. Ich habe das Video angeschaut zu der Ein-Single, irre schön auch, mit diesen ganzen Blumen. Ah ja. Diese Mikrofonständer und den Blumen und dem ganzen gebleachten, mit der gebleachten Braue. Love. Danke. Du bist sehr visuell, ne? Ja, immer. Auch wenn ich irgendwie schreibe oder mir Gedanken mache, spielen Videos und Bilder immer eine große Rolle, weil ich immer auch ein sehr visuelles Gehirn habe. Also auch wie ich mich an Dinge erinnere, alles ist visuell irgendwie in meinem Kopf und ich habe immer gleich, auch wenn ich sonst Musik höre, neue Musik von Künstlern oder so, es kommen mir immer Bilder in den Kopf, wie ich ein Musikvideo umsetzen würde. Also ich habe, ja, ich bin eine sehr, sehr visuelle Person. Das ist ganz schlimm. Ich habe ja auch Musik geschrieben und aufgenommen und so früher und habe jedes Video, habe ich glaube ich fünf Versionen, zu jedem Song habe ich fünf Versionen von Videos im Kopf und es ist aber auch ständig, wenn man, also jede Tunte, die kennt das, mit Kopfhörer durch die Stadt läuft, man ist sofort in seinem eigenen Musikvideo und es wird alles irgendwie inszeniert, während man läuft. Und so kommuniziere ich das aber auch. Also wenn wir auch im Studio sind, dann ist es teilweise so, dann sage ich, okay, wir haben jetzt diesen Beat und das und weißt du, was ich sehe? Ich sehe grünes Licht, grüne Laser, die aus Nebel kommen oder irgendwie so, nur so ein Moment und das sind dann so die Gefühle, die ich den anderen irgendwie transportieren möchte, wie wir schreiben und ich finde, über solche Bilder kann man ja auch Gefühle kommunizieren sehr gut. Natürlich sieht das wieder jeder anders, also auch so grüne Laser können für jeden was anderes bedeuten. Aber ist das Synesthesie schon? Also hast du das Gefühl, dass sich da zwei, also dass du akustisch mit optisch überlappst in der Art, wie du Dinge wahrnimmst? Gar nicht. Also ich weiß nicht, ob sich das wirklich überlappt. Ich weiß, dass ich eine sehr visuelle Person bin, aber ich meine Synesthesie heißt ja tatsächlich, dass man auch Musik quasi in Farben und Bilder hört, nicht wahr? Ich habe das nur mal gelesen, dass Lord das so macht tatsächlich. Ich glaube, bei Lord war das so. Aber ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe auf jeden Fall, allgemein bin ich sehr visuell. Und deswegen waren wir beim Musikvideo und du meintest, dass ich sehr visuell bin. Ich muss nur gerade mich selber daran erinnern, wo waren wir eigentlich? Das habe ich aber bei dir beobachtet, dass du das sehr gut kannst, dass du sehr gut, ich habe erlebt, also ich kann es zum Beispiel nicht, wenn ich in einem Interview bin und interviewt werde, ich fange an zu reden und dann komme ich irgendwo an, aber frag mich nicht, was die Frage war. Und das habe ich bei dir beobachtet, dass du das sehr gut kannst. Ich habe heute ja auch ein paar Sachen geschaut, dass du teilweise, selbst wenn der Typ, der dich gefragt hat, schon vom Thema abgekommen ist, dass du dann nochmal darauf zurückkommst. Übrigens, wir waren da. Das hast du hier heute auch schon zwei, dreimal gemacht. Das ist beeindruckend. Wie ist das denn? Nun, ich erinnere mich, wir haben als, kurz bevor die Pandemie losging, saßen wir bei Riccardo auf dem Balkon abends. Das war die letzte Nacht, wo er gefeiert hat, hat er mir neulich erzählt. Das war die letzte Nacht, wo er Gäste irgendwie in der Wohnung hatte und eine wilde Nacht hatte, was ja bei Riccardo nichts heißt. Die ist ja keine wilde Maus. Du, das kann auch ohne irgendwie das, was man so als wild in Berlin versteht, das kann trotzdem wild sein. Ich meine, die ganze Nacht durchzutanzen im Wohnzimmer. She is. Can be very wild. Das auf jeden Fall. Aber sie ist jetzt keine, ich wollte damit nur sagen, sie ist jetzt keine Drogenmaus oder keine Suffmaus. He's wild at heart. Yes. Mund auf dem Kopf. Ich bin so neidisch auf dieses Haar. Ich bin sauer. Nee, und das, genau, und da saßen wir auf dem Balkon und ich meine mich zu erinnern, dass wir auch darüber gesprochen haben, ob du neue Musik machst. Ja. Und dass du Sachen in Planung hast, dass du schreibst mit einer Freundin zusammen, glaube ich. Ist das noch aktuell? Ich habe letztes Jahr neue Songs aufgenommen und auch ein bisschen neue Sachen geschrieben und eigentlich ist gerade so eine Nummer, so in den Startlöchern, wo ich nur auf so ein paar externe Faktoren warte, dass man das mal in Gang bringen kann. Aber die eine Nummer ist eigentlich tatsächlich fertig. Und das liegt jetzt nicht an mir, wann sie veröffentlicht wird. Aber ja, natürlich mache ich gerne Musik weiter und will auch gerne Musik weitermachen. Und ich habe auch immer irgendwie geschrieben. Und wenn es nur Texte sind, ich habe früher auch immer so gearbeitet, dass ich immer ein Buch habe, wo ich immer so Wörter, Zeilen, Gedanken schreibe, die ich dann so puzzlemäßig zusammensetze, so wie dein Notizbuch gerade aussieht von mir. Und deswegen, ich habe auch immer geschrieben. Und ja, gerade liegt es nicht an mir, wann diese nächste Nummer rauskommt. Mit allem anderen war ich teilweise nur noch nicht so ganz happy, weil mir war auch immer klar nach dem Album, dass ich nicht diese Richtung weitermachen möchte, weil ich mich so anders entwickelt habe. Wenn du sagst, diese Richtung, reden wir von der Sache, wie es klingt, oder? Ja, mostly. Also meine Musik war ja auch immer sehr heavy 80s inspired, also Synthpop, 80s Electropop, mit so ein bisschen auch so Wave, Industrial Einflüssen teilweise. Und ich habe nur auch bemerkt, ich habe mich einfach in den Jahren nach dem Album auch sehr weiterentwickelt und wusste lange nicht, sorry, ist aufstoßen, wie entwickle ich mich eigentlich weiter, wie soll sich meine Musik weiterentwickeln. Und das war auch so eine kleine Reise. Mittlerweile weiß ich das schon. Ich weiß nur noch nicht, mit welchen Leuten ich wirklich daran arbeiten kann. Aber es gibt viele so Rough Drafts, an denen man arbeiten kann. Und eine Nummer ist eigentlich auch schon in den Startlöchern, aber ich bin da gerade nicht in der Lage zu sagen, wir veröffentlichen das jetzt sofort, sondern es sind auch noch ein paar andere Leute, die da mitgewirkt haben. Right. Okay. Aber das heißt, es gibt irgendwann neues Material von dir und man kann sich schon mal drauf freuen. Und natürlich, das will ich nur auch sagen, ich hatte auch natürlich nach dem Band aus auch erstmal natürlich den Gedanken, hey geil, ich werde jetzt Solo-Künstler und schreibe nochmal einen fetten Deal mit einer Plattenfirma und da schreibt er nochmal was. Aber das war dann irgendwie auch relativ ernüchternd, weil ich dann eben damals auch festgestellt habe, nee, die wollen alle irgendwas aus mir machen und irgendwie, ich wollte nicht einen Plattenvertrag einfach so, sondern ich sollte mich auch wohl damit fühlen und ich wollte meine Idee irgendwie umsetzen und nicht total verbogen werden. Also irgendwelche Kompromisse muss man ja fast immer machen mit großen Labels. Aber das war eben damals dann doch auch eine komische Phase und da musste ich mich so ein bisschen durchwurschteln, wie geht das jetzt weiter und mittlerweile bin ich aber eben auch sehr happy, weil ich zum Beispiel auch meine EP und mein Album auch komplett ohne Label rausgebracht habe und bei dem Album zumindest erst später das einem Label angeboten habe, aber das war auch so auf Eigenregie und das ist ja auch geil, dass es das heute gibt. Also das finde ich total großartig und das ist auch das, was mich dann eher happy macht, wenn man sagt, hey, man kann was beöffentlichen und ich brauche das nicht mehr unbedingt mit dem fetten Label. Wenn das passiert, passiert es, aber ich würde mich auch nicht mehr, also gerade in Deutschland merkst du, es ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn du dann eben doch openly queer bist, weil dann doch immer kommt, ja, wir wollen ja keine Leute abschrecken. Manchmal sind es nur so subtile Nachrichten oder man sagt halt, oh, wir gehen genau auf das Ding, aber es ist halt immer ein Thema und das hat mich voll abgeturnt. Das ist halt immer Markenbildung, man wird dann halt inszeniert, ich habe das jetzt gerade wieder mit einer Frau, einer A&R-Frau, mit der ich früher gearbeitet habe, die jetzt eine neue Künstlerin entdeckt hat und ganz aufgeregt ist und so und jetzt halt auch schon so ein Look sich überlegt hat, wo ich dann immer denke, lustig, das Mädchen sieht halt gar nicht so aus. Wir erfinden jetzt quasi das Image so und ich meine, klar, das ist halt das, was die machen, die verkaufen halt Produkte und keine Individuen am Ende, die verkaufen ein Produkt, aber es ist halt immer so ein bisschen strange, wenn man sich das so anschaut, weil man halt auch immer weiß, okay, Authentizität ist halt dann vielleicht nicht mehr das höchste Gut. Ja, da ist das Ding halt auch auf jeden Fall, natürlich kann man ja einen Look verkaufen oder ein Image, also in meiner Vorstellung passt das auch immer zur Person, die man ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auch sehr kongruent ist, mit wem du wirklich bist, aber trotzdem muss das ja dann nicht immer auch total ausschließen, okay, die queere Welt wirkt für viele dann wie so eine Bubble, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern das ist dann nur eine andere Zielgruppe, aber so ist das ja nicht, aber so für die, wenn wir rüber reden, kommt das halt immer so rüber, dass wenn, du musst dich halt entscheiden, entweder gehst du in diese magische Bubble von Einhörnern und Gelitzern und sweaty Sex und Leder oder du bist halt total nicht queer, also das ist irgendwie ganz. Es ist aber so absurd, wie das, also als, dass so oft Heten als queer inszeniert werden, wo sie es gar nicht sind, also Kazaki zum Beispiel, die behaupten ja bis heute, dass sie alle stockhetero sind und andererseits dann wir gezwungen werden, irgendwie uns anzupassen und irgendwie gestreamlined zu werden, anstatt dass man uns alles so lässt, wie wir sind. It's a little bit funny. So. Mein Schatz, ich habe hier noch hunderttausend Sachen auf der Liste, die ich wahnsinnig gerne mit dir besprechen wollen würde, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde dreißig. Eben. Und wir machen irgendwann einfach eine zweite Folge. Ja, sehr gut. Ich wollte kurz vorschlagen, machen wir jetzt so eine Quick-Fragerunde. Ich darf immer nur einen Satz dazu sagen, aber nein, wenn wir schon bei eine Minute dreißig sind, nein, nein, nein. Gibt es denn irgendwas, was du auf jeden Fall noch bewerben willst, worüber du noch reden willst, was du noch loswerden möchtest? Nö, eigentlich hatte ich nur Lust heute mit dir mal so ganz lockerflockig zu reden über alles, was du so wissen wolltest und habe mich gefreut, dass wir uns mal wieder sehen, weil das natürlich gerade auch nicht möglich ist durch den ganzen Lockdown. Deswegen, ja, ich wollte einfach mal vorbeikommen und mit dir so ein bisschen quatschen. Finde ich super schön. Und also wie gesagt, wir machen gerne einfach irgendwann eine zweite Folge, weil ich habe hier noch und du siehst ja dann, ob die Leute das dann geil fanden, dass wir so lange gepfatscht haben. Ich bin mir ganz sicher, dass die das geil fanden. Weil wenn die das dann hassen, müssen wir keine zweite Episode machen. Aber so. Nein, wie für uns. Ja. Also subscribe to Barbie oder was sagt man bei einem Podcast eigentlich am Ende? Ich habe meinen, warte, ich räusper mich und dann sage ich das. Meine Lieben, ihr könnt mir natürlich folgen bei Instagram, ihr könnt dem Podcast folgen bei Instagram, ihr könnt mir bei Apple Podcast fünf Sterne Bewertungen hinterlassen und ansonsten empfehlt uns allen euren Freunden weiter. Habe ich das nicht schön gesagt? Das hast du wunderschön gesagt. Ich war sehr, sehr gerne Gast bei dir heute. Du warst ein ganz toller Gast. Ich bin total begeistert. Und wir haben jetzt auch gerade noch mal abschließend Besuch bekommen mit der Katze, die in das Mikrofon miaut. Ja, Mann. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ja. Miau. Danke, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüssi. Musik 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 Musik